so immer more attack on titan wings of freedom ja auch schon gelesen irgendwie der zweite teil kommt jetzt irgendwie ein paar tagen raus wo wir mal gucken aber auf jeden fall erst mal ich will weitermachen hier das letzte mal haben wir ja da aufgehört wo quasi ich sag jetzt mal die erste staffel aufgehört hat also halt wo er in sich gedacht hat boah lass mal ja das haben wir schon gesehen fuck off genau da kennen wir auch schon shut the fuck up muss man ich muss noch mal ganz kurz ja das war das letzte mal ein bisschen laut this should be much better so ja nochmal ich glaube bei dir habe ich auch schon geguckt was ob irgendwas genau du hattest nämlich absolut nichts medipack medipack ja manchmal diese stimme ne manchmal kann sich diese stimme aber auch sonst wohin knödeln so das problem wahrscheinlich wird erstmal wieder reinzukommen in das gesamte system hier war ja doch ein bisschen fummelig aber ich bin mega hype drauf brechen wir auf let's kill some titans levi super ultra mega lord und er ist klein so war das doch ich glaube ich weiß wieder wie das ging slash hat viele talente stürmen wir genügend tempo auf hinterher um einen wirbel hier auszufrieden sind wir können dann fest einen mächtigen wirbelanggriff stylisch i guess ich hätte gern deinen arm was fällt dir denn ein mein freund den arm da den arm da oh shit ich muss erstmal echt wieder reinkommen in das ganze hier ich wollte eigentlich den arm haben aber gut machen wir so zack alter der schaden von dem dude und immer auf die musik ist immer noch awesome hier i still fucking love this in die richtung meine ich fuck ja da geht schon mein rang flöten lehre dich ohne el zu fahr what do you mean by that das ist auf jeden Fall jemand der mit mir spielen will komm her so du kampfzwerg jetzt chill mal deine zone ja der schaden ich merke es jetzt ich bin immer noch in diesem modus meine güte schimmer dein leben gut kleiner hast gewonnen trink trink und chill dich oh fuck mein und zack ja ich glaube das ist mit der vorgegebenen zeit kein mehr hart in die röhre schmieren fahren wir hier jetzt erstmal nachladen das kann mir hart abschminken dafür bin ich zu weit aus dem ganzen system raus ok noch mal ein bisschen schneller hier oh ja lieber du siehst echt sauber aus gerade missionfähiges ja geil muss ich jetzt alles nochmal machen scheinbar niet oh aber ich brauche einmal Zeug gib mir einmal alles bitte und dann crouch rocket euch mal weg zuerst da droht scheint mir wichtiger obwohl hier nichts los ist ok warum war jetzt hier zankt ist das die stimme von Jotaro ja ich glaube das ist die stimme von Jotaro und das würde mich nicht mal verwundern der dude macht irgendwie in Japan gefühlt die stimme von jedem Anime Charakter zack double kill kann ich sehen geht so eine scheiße kann ab oh mein Gott wo bin ich hallo so geht's auch so hier sind guck mal hier sind doch schön welche kill them all kill everything ja und shit alter der Schaden von dem boy so macht man das mal auf harter Speedtour weg ist das Ding alter wie schnell haben wir die Tringer gerade weggerotzt oh da ist noch wer gib mir den Arm den will ich haben und den Rest kannst du dir auch sonst wo hinschieben yes ma what schützen die hier nach echt jetzt ach du scheiße jetzt können die sich auch noch schützen die Biester das hier aber Levy nicht die äh diesen Multi-Hit-Angriff hat das wundert so war das jetzt so schlecht hallo ich habe die ganzen S-Rank Leute bei mir aber macht ja eigentlich auch in sich Sinn ach du scheiße ist der Beef fuck ich habe gerade vergessen wie man die Dinger benutzt ja der Typ hat nie lag der geskippt machen wir es ein bisschen einfacher hier nochmal hier sooo was ist du bist mit dem fucking äh ach so er ist tot ja Mensch und weiter Alter aber dieses Ausrasten wenn du diesen Modus verlässt ja ich will doch die Beine nur ja gut machen wir ihn direkt fertig machen wir halt so wir wollen ja nicht dass unsere Leute hä sollen ja am Leben bleiben Mission accomplished was diese Taker-Zeiten immer Freude auf Pro 7 Max ja ich habe Pro 7 Max nicht ich habe so wenig Interesse an sich an Fernsehen deswegen also richtiges Interesse ne das hat getroffen okay echt jetzt soll ich den einen da oben jetzt noch ja da ist nur noch der eine aber vor allem ich finde es ja cool dass hier niemand Falschschaden nimmt ne jeder hat offenbar Knie aus Titan you see what I did there Titan because Titan und so vor allem wie die alle wie die fliegen um die vier rumfliegen so den kleinen hier schneiden wir auch auf Dankeschön oh okay hier mal das ist die Stimme von Jojo ich bin absoluter Jojo Fanboy sowas erkenne ich Hi Hi Boah den Titan ich kümmere mich da jetzt schon mal drum if you don't mind den anderen Arm will ich auch haben den anderen Arm will ich auch haben das war der eine ich will den da so viel Zeug in seinem Bein gehabt scheiße gut nehme ich halt dein Zeug verstehe man nicht warum ihr all euer Zeug in euren Beinen bunkern müsst Ups zu wenig Distanz schon besser ist das richtige ja boah den werden wir schon noch hinkriegen ne ja tu mal noch lässiger mein Dön absolute Zerstörung snap snap snack das kann ich sie nicht tun lassen hier lieben ah noch so ein großer Dude was groß ist was müffelt alter ja du ne wuhi he did never skip Black Day mal davon abgesehen dass ich jetzt gerade ne I suck major Dicks nicer Cut ok wir kümmern uns jetzt erstmal um die hier erstmal das Kruppzeug wegkriegen und dann kümmern wir uns an Mr. Titanum hier nachdem ich mich ne du magst keine Flashbangs meine Güte he did never skip Black Day how did you grab me alter du hast echt krasse Beine krasse Beinmuskulatur mein Freund ne ne erstmal what why I can't see shit alter so geht doch zweimal gegriffen superschlecht wie ist allen habt ihr gut gemacht muss erstmal wieder reinkommen in das ganze ach Mr. Dude es fortune hab озможно dass ich schief es es bis es gut ich sage Das ist niemand von dem Whip. Der Whiplash von den Kabeln immer irgendwie getroffen wird, ne? Das steht mir immer so vor. Ich habe trotzdem S... Okay. Ich stehe mir das immer so vor. Die fetzen da so schön durch die Luft, aber kaum kommt sie auf den Boden, kriegt irgendwer den Whiplash von diesen Kabeln irgendwie in die Fresse. Kettenangriff. Ach schön, jetzt kann der das auch. Stahlklasse B. Das sieht doch gar nicht mal so doof aus. Da können wir doch bestimmt was Schönes mit anfangen. Oh yeah. Ja, der, der. Ja, der, 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 der. Oh, ich bin so gelangweilt. Meine Augen kennen das gar nicht anders. Was? Was ist denn das hier? Reit hier. Die Schlachtrossversorgungsstätze. Ich kriege ein Pony? Ey, Monsterlord. Kriege ich Schattenmähne? Reit hier, um eine Schlachtrosser zu erleben. Ja, verfügbar. Fähigkeiten, Geschwindigkeiten und Ausdauer. Tiere mit hoher Geschwindigkeit können schnell laufen. Nee, Ausdauer. Aha. Dunkelbraun. Du siehst Schattenmähne ähnlicher aus. Kostest aber auch das Doppelte. Du hast mehr Ausdauer. An sich würde ich halt das Speedpony nehmen, aber... Nee. Du siehst Schattenmähne ähnlich und ich vermisse Schattenmähne gerade. Ja, ich möchte das Pferd bitte ausrüsten. Mehr kann ich da jetzt nicht mitmachen? Okay, dann. Cool, ich hab ein Pony. Ich fang ja nicht an, mich zu essen, ja. Hör mal auf. Alter. Hier stehen auch alle so rum, ne? Ja, ein bisschen. Alle haben sich so, alle das Gefühl, so auf dem Motto. Oh, meine Acker. Und dabei trage ich einen Poncho. Oh, jetzt kann ich mir Leder... Hä? Okay, cool, ich kriege Leder. Ich kann mir Leder kaufen, wenn mir danach wäre. So, irgendwas Schönes, irgendwas Nices. Ich hab schon gesehen, es gibt offenbar so ein... Wenn du so einen Stern hast, dann ist da ein neues Zeug. Aber wir können ja mal gucken. Oh. Oh, ich kann das Ding komplett upgraden. Yes. Crash. Am liebsten würde ich das Ding ja auch mal aufbessern. Nur, um... Nur damit es da ist. Mein, jetzt ist... Das ist jetzt das hier die Klinge der zweiten Generation. Ich hab keine Ahnung, was da ein Großtoller sein soll. Aber ich würde sagen, ich biefe erst mal das auf. Was ich kann, soweit. Was brauche ich hier für? Rittener Metall und hochwertiges... Ah. Shit. Shit. Und das Ding ist immer noch... Ist das Ding immer noch... Das ist schon Level 3, gut. Oh, irgendwas seltener Metall für. Hm. Jetzt mal so... Das Ding ist schon ziemlich stark mittlerweile. Aber was ist, wenn wir das Ding hier reinpacken... Das Ding hier reinnehmen und das dazu packen? Ah. Es ist seine... Sein Status. Es wird ein bisschen besser. Ah ja, komm. Können wir ja mal... Können wir ja einmal mal machen. Äh, nö. Nur damit... Ich wollte nur mal wissen, wie das ist. Jetzt haben wir zwei... Ach, das ist plus eins. Aha. Moment. Wenn ich jetzt also... Das hier... Nehmen würde, ne? Wir machen das jetzt mal ganz kurz. Ich will das mal wissen. Wenn wir das hier... Als Basis nehmen... Und das da rein klatschen... It absorbs this power! Okay, das ist aber... Plus vier, also... Ja. Können wir auch noch andere Sachen da rein platzen? Ne, es geht nur mit... Wurfen. So. Ne, können wir auch mit anderen Zeug machen. Nämlich, was ist, wenn ich jetzt... Alles, was ich sonst besitze... Da rein prügeln würde? Habe ich sowieso das Geld nicht dafür. Aber wenn ich das hier tue... Habe ich noch weniger davon. Geil, das Verstärken... Bockt ja richtig, ne? Ist ja richtig krasser Scheiß. Ich habe einen Pony. Fuck this shit. Können mich alle mal. Ich habe einen Pony. Ich wollte gerade sagen... Du darfst auch sprinten. Mein Edge-Lord-Freund. Erkundungsmission. Von bestimmten Gebieten aus... ... den Einsatz dorthin zu schicken. Wenn du im Kampf... ... bist du ein Kampfbeender... ... erhöht ja auch... ... die Aufnahmsrate... ... Erkundungsgebiet. Aber neue Schlachtfelder und Gebiete. Zudem werden verschiedene Belohnungen... ... für das Abschließungs- und Erkundungsmission gewährt. Äh... Uh, Spezialausrüstung. Ähm. Ja, machen wir mal. Muss ich das denn selber machen? Oder ist das so eine... Nur mal so aus Interesse. Das ist ein Titan. Am Ende der Straße. Und am Ende der Straße... ... steht ein Titan am Meer. Der ist tot. Und das freut uns sehr. Wow. Ach, das ist das Trainingsgebiet. Nur mit echtem Titan. Ja, jetzt habe ich die... ... Kettenangriffe. Exzellent. ... getrenched in blood. Juhu-hui. Ich kann auch das Bein so nehmen. Ist auch kein Problem. What? Ich bin durch ihn durch, aber okay. Soll ja stimmen. Ih, was bist du denn für ein Spindle, Johnny? Ich hänge im Baum, glaube ich. Wuhu. Wuhu. Gib mir dein Zeug. Ich dampfe. Oh mein Gott, Logistica. Shut the fuck up. You sound waifu as fuck. Ich will all euer Zeug. Nur um das klarzustellen. Aua. Würdest du mal aufhören, mich anzugucken, du hässlichen Gerät. Meine Güte. Weil ich ihm zweimal in den Kopf geflogen bin, oder was? Ich hab grad gedacht, der hat versucht, mich zu kicken. Snap. Snap, Snack. Oh, dann machen wir uns das mal zum Nutze. Bisschen episch sein. Oh. Zack. Ich meckere grad jetzt, ich hab den Modus wieder abgebrochen, ich Idiot. What? Du fucking weirdo. Ja, dann einmal gegriffen, schon mag man mich nicht mehr. Reloading Gas. Nice. Wuhu. Da kommt schon der Große. Okay, then. Der ist da, okay. Gib mir ne heiße Sekunde. Ich schneid nur noch den hier einmal auf. Den klein. Genau, dann ist er natürlich gefallen. Ist ja, Wunderbärchen. Na. Na. Ich will den Arm da. Trink jetzt bis... Ach, fuck. Nimm etwas, was nicht ein Rasiermesser ist. Er hat mich zu Tode gebelli-flopft. Alter. Und die fangen mal an, wie Naruto zu laufen, ne? Ich hoffe, das stört ihn mal. So ein bisschen Naruto-Gerunner. Hat der gut gemacht. Schlacht gewonnen. Will, I guess. Hey, Nugent. Ach, du bist schon die ganze Zeit da. Sorry. Ach, Alter. Du warst das. Moin. Hahaha. Okay. Kriegt man ja geil mal. Vor allem Holz ist eine Ressource B. Okay. Okay, dann. Das war nice. Da, 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 da. Dann tötet ich, was vorher nicht da war. Achso, und jetzt... Oh! Oh! Das sind ein paar. Ich hab nur eine erledigt. Komm, eine machen wir noch und dann machen wir Hauptstory weiter. Ey, X-Gamer! Ich denke mal, das sind ein paar mehr, die man so machen kann. Das scheint da einfach nur... Näh. Melde mir aus Wandsbek. Gib mir gratis Stöner. Auf Wandsbek kenne ich sogar. Ist nicht weit von hier. Ah, Pony. Achso, halt. Alter, ist das eine große Map. What the fuck? Oh mein Gott, der lag. Sekunde mal kurz. Windows, schieb dir deine scheiß Update sonst wo hin. So. Dass wir immer diese Scheiße antreten mussten, ne? Das ging schnell. Ich hab mit... Hä? Ja, Mensch. Da guckst du einmal kurz nicht hin. Und du bist auch noch dran. Das habt ihr euch jetzt selber zuzuschreiben. Na, komm doch her. Und zack. Weg ist er. Gack, 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 gack. Ja, er muss mich erstmal hier um die Leute kümmern. Das ist ein bisschen... Wobei, das da unten ist dringend. Das ist rot. Und viel, viel weiter weg. Ja, da brauchen wir auch dieser kleine gar nicht zu überrennen. Was ist das für ein riesen Map, ey? Lass den mal los, ja. Oh, boah. Schon? Alter. Ey. Hi. Na? Oh, komm. Kaputt. Alter. Sieg. Oh, okay. Ich musste einfach nur hier hin. Hier sind zwar überall noch Titanen, aber who cares, ne? Die sind zwar noch überall. Ja, die. That's nice. Nice. Austausch und Kling in der Luft. Alter. Stammrolle. Was heißt die Stammrolle? Was heißt das denn jetzt? Erstmal wieder Kanone totballern, ey. Oh, ihr habt neues Zeug. Ja, stimmt. Ich hab ja, äh, stand da ja gerade. Von wegen, äh. Ach, die kann ich jetzt selber herstellen? Tiger Zero. Alter. Wenig Haltbarkeit. But that damage, no. Und das Blitzmesser. Kann ich aber alles... Ne, da haben wir einfach nicht genug Geld. Hier ist nichts Neues. Tiger Zero. Das klingt mal cool. Ui, 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 ui. Muss man mal ein bisschen sparen. Das ist gerade alles ein bisschen teuer. Komm, geh weg. Ja, wisst ihr, komm, eine... Machen wir doch noch eine. Weil ich will mal wissen, was dieses... Da kriegt man ja auch noch ein Level ab. Ich will mal wissen, was das bringt. Irgendwas mit Armin. Ob ich dann Armin spielen kann oder so? Das wäre ja dann quasi Easy-Modo. Weil ich einfach jedem sag, hier. Go and kill. Kann ich auch irgendwo eine als Titan spielen? Also als Eren? Ich würde durchdrehen, wenn ich das könnte. Wahrscheinlich leider nicht. Ah ja, die habe ich verkackt. Genau, da war ich ja schlecht. Machen wir einmal die hier noch. Ja, du so. Aber hat das irgendeinen Sinn, hier diese Nebenmissionen außer Zeug freischalten? Ich meine, ich beschwere mich nicht, wenn ich denn solche coolen Katanas kriege. Die ich mir bauen kann. Ach, du Scheiße. Äh, hallo? Okay, dann. Oh, Kanone, Kanone. I want that. Wo seid ihr? Ach, da! Destroyed. Noch irgendwer? Hier noch irgendwer? Ach, Mann, oh. Spielverderber. 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 Wuhu! Oh, doch da! Gucken wir uns mal erstmal so, dass hier am besten niemand drauf geht. How about that? Oh, stylish. Das ist keine Kanone. Oh, das ist keine Kanone. Hoch damit hier. Mada, Mada. Mada, Mada. Baby, Freistausz. Oh, oh, oh. Kanone, Kanone. Das mag ich am liebsten. Nein! Geh doch nicht mal aus der Kanone raus. Geh doch nicht... Scheiße. Scheiße. Zieh auf das Baby! Voll das hässliche Baby getroffen. Ja, du... Ja, du... Piss off, Headshot! Warte, ich seh da noch einen. Oh, oh, oh. Langer Schuss. Guten Tag. Was willst du denn von mir? Special Treatment oder wat? Ah, fuck. Not good. Oh, fuck. Nein, 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 nein. I need that shit. Und das hier auch. Gomp. Mada, Mada. Hier sind auch so viele von den Viechern. Ich hab das Gefühl, wenn ich da hingehe... Ja, da hab ich mir schon fast gedacht. Ich bin auf jeden Fall, ich bin mit dir gesprungen. Danke dafür. Du, meine Schuss. Aber wir haben noch, ich bin jetzt. Die Frau schweißen sich in die Hand. Geh doch nicht. Geh doch. Oh, jeß. Es gibt zwar wahrscheinlich keinen S-Rang, weil ich wieder kaum was umgebracht habe. Ah, das war so eine Sache. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das nicht... Ne? Es bringt schon genug Spaß, einfach durch die Gegend zu fetzen. Davon mal abgesehen. Ja gut, aber... Ne. Ich dachte, das hätte irgendwie einen cooleren Hintergrund. Mäh. Ja, in Undertale habe ich gelernt, nicht immer töten. Attack on Titan bringt mir das Gegenteil bei. Was willst du? Was ist das jetzt hier? Achso, da kann ich die alten Missionen nochmal spielen. Falls ich Bock habe, nochmal als Titan rumzulaufen. Ich bin okay, I guess. Ich meine, ich bin Levi. Levius. Nivea. That dude. That's boss. Man muss echt alles ausrotten, um S zu bekommen. Okay. Okay. Ben. Ich bin hier. Das ist keinem – die Tad. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Was sieht ja mal hier trostlos aus? Zack und zack. Das andere Bein kannst du dir auch sonst wo hinschieben. Und zack. Ja, klar kann ich ihn nirgends nur mich ranhängen. Ist ja logisch, ne? Mein Pferd folgt mir sogar. Wie praktisch. Ich wollte gerade sagen. Oh, zack. Hat er nicht mal gesehen. Sneaky Attack. Ja, mein Pony, ich weiß. Das ist aber nicht Schatten, Mähne. Also das ist auch nicht so cool. Keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe, aber das war cool. Ich bin einfach nochmal extra eine Runde gefahren, um seinen anderen Arm zu schnappen. Okay. Und seinen Nacken auch. Exzellent. So, das auch einmal. So, das auch einmal. Habe ich den Kleinen da wieder erwischt? Sieht so aus. Pony, bleib doch mal hier. Bringst nur relativ wenig, leider. Fuck. Ja, gut. What? Meine Güte. Du stellst dich aber auch an, mein Freund. Hallo. Would you kindly? Das war schäbig. Aber offenbar ausreichend. Oh, scheiße. Aber macht nix. Ich hab ja noch hier, ne? Für Notfälle. Chill deine Sauen. Wir kriegen das schon hin. Hey. Oh, Snap! Snap, Snap! Mission complete! Ja, das Pferd ist hier nicht mal ansatzweise so cool wie Schattenmähne. Es kommt nicht mal so ein Billohügel hoch. Was bist du für ein Billigpferd? Okay, und da ist... There's the big gun! Ich kümmere mich jetzt erstmal um die anderen Kollegen, bevor wir uns um den Großen kümmern. Ähm... Guten Tag! Wo bin ich? Why am I hurt? So, jetzt kümmern wir uns erstmal darum. Das muss jetzt gerade mal gemacht werden. Um den Kleinkram müssen wir uns später kümmern. Oh, Shit! Oh, Shit! Oh, Shit! Und Snap, Snack! Ihr habt nicht zufällig irgendwie Zeug bei euch, oder? Ich hab gar nichts mehr. Ja, geil, ne Flashbang. Das, äh... Oh, come on. Wo ist das Pony jetzt? Ich brauch es jetzt! Okay, fuck it. Ich brauch grad Gas. Ich brauch's jetzt. Müsli war daz. Zack! Äh... Er hockt einfach auf seinem Pony und schaukelt sich die Eier. Ist ja wunderbar. Okay. Was kriegen wir aber hin mit dem Kram? Weitere Titanen? Ja, macht nix. Ich helfe jetzt dem da noch und dann kümmere ich mich um den großen Klotz da oben. Hey, don't mean this freak. Was, mit dem kleinen Ding bittet ihr nicht fertig? Das ist ja wohl. Ups. Da macht nix. Muss ich eh. Hier soll doch irgendwo... Das ist mein... Nee, da! Gib mir Zeug. I need gas. Noch mehr Notfälle. Ja gut, das ist nur mehr Titanen, die ich klatschen kann. Geht ja offenbar in den Rang über. Also weil ich den großen fertig mache. Oh, Pony. Du bist nur halb so cool. Du bist immer ansatzweise so cool wie Schattenmähne. Ihr habt euch gerade neben mich geportet. Das ist okay. Damit kann ich sogar häufig leben. Oh scheiße, es ist Günther. Ich habe dein Bein anvisiert. Warum bist du da nach oben geflogen, du Depp? Na, geht doch. So, ich fahre selber. Hier sind ein paar Gebäude. Da kommen wir auch wieder uns bewegen. Und Randale machen. Aua. Hallo. Alter, ich wollte gerade sagen. Komm um mich jetzt hier nicht zu Tode. She never skips lag day. Ey. Scheiße, ist der Beef. Hallo. Du bist ge... Meine Güte. Stell dir mal nicht so an. Ach komm. Ich war noch nicht fertig mit dem. Er war vor allem durch das Fack. Ich liebe Attack on Tation. Attack on Tation? Das war aber schön. Vielen Dank, dass du das. Hey, Hanji. Was ist los mit dir? Steh mal ein bisschen still. Du bewegst dich jetzt besser auf so einem Rodeo-Ross. Oder du bewegst dich jetzt, als wäre es was ganz anderes. Aber das möchte ich hier jetzt nicht sagen, ne? Fuck. Saas. Seltener mit einem Nice. Aber die Tiger Zero klingt schon interessant. Das sind so echt nice Katanas. Ja, Sekunde. Ich gehe einmal... Ne. Auf Nebenmissionen habe ich jetzt gerade sowieso keine Lust. Also hier so diese Nebendinger. So interessant die ja eigentlich auch sind. Also zumal sie ja auch neue Sachen freischalten. Alter, das Ding ist auch nicht schlecht. Aber das Ding hier, ne? Verstärkte Klinge. Allgemeine Ausgabe. Tatsächlich mal... Tatsächlich mal... Finkhoof Zero. Du kannst nur... Ich kann nur zwei Klingen mit mir rumtragen. Ja gut, Klingen sind sowieso eigentlich nicht so das Problem. Hier kann ich mehr tragen, aber mein Gasdruck geht ganz schön runter. Das Ding hier wiederum, ne? Ist stylish as fuck. Gibt es das jetzt auch hier? Reichweite geht arg. Na, geht ein bisschen runter. Ankerstärke geht runter, aber die Rollgeschwindigkeit geht mega hoch. Vielleicht können wir da aber noch ein bisschen was dran schrauben. Blitzhaken. Müssen wir mal gucken. Oder wir machen uns das Ding hier. Da können wir auch das hier wahrscheinlich upgraden. Aber erstmal... Ich will das Ding hier. Das ist ein fucking Katana. Die Haltbarkeit ist zwar... Wobei, wenn wir das machen, ist die Haltbarkeit ziemlich am Arsch. Wenn wir uns das Ding hier noch dazu holen, dann haben wir noch weniger Kling. Wir bräuchten also irgendwie... Vielleicht bleiben wir da erstmal bei dem, was wir haben. Und gucken, dass wir das hier vielleicht abgegradet kriegen. Das Gasdruck ist schon einiges. Aber ey, erstmal das hier. Das ist... Ne, das ist ein fucking Katanas. Schrauben drehen, modern drehen. Mit Översmitenflossen in der Werkstatt stehen. Vor allem das ist... Das Ding ist jetzt schon stärker... ...als die, die wir vorher hatten. Die wir hochgelevelt haben. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegt die ja schon sogar... Äh, Blödsinn. Was brauche ich hierfür? Diamantstahl. Ja, das klingt schon selten. Hm. Zweite Generation. Hochwertiges seltener Metall. Aber hochwertiges Zeug. Ach guck mal, können wir uns auch so herstellen. Kommt günstiger. Weil ich glaube, da lasse ich das nämlich erstmal so. Denn was wäre, wenn ich jetzt das hier nehme? Die guten Dinger. Das lohnt sich schon mal so ein bisschen mehr. Das tut weh im Gesicht. Kommen wir hier vielleicht noch? Was würde passieren, wenn wir das hier nehmen? Das bringt so gut wie gar nichts. Das ist... Ja, aber gut. Jetzt haben wir neue Schwerter. Das ist auch noch was für sich. Was auch immer du sagst. Wir können einfach einmal so eine extra Mission... ...einfach nur mal die neuen Schwerter mal in Aktion zu sehen. Sorry, aber das will ich jetzt mal ganz kurz einmal, ne? Komm. Einmal ganz fix. Viecher über den Haufen jagen. Ich stream schon wieder eine Stunde. What the fuck? Alter, das hast du da vorne in diesem Spiel. Das sind ne Menge Viechers. Wenn man hier Essen haben will. Viel Spaß dabei, wa? Alter! Jesus! Oh, warte. Ihr kriegt Special Treatment. Sofern ich mich umdrehen kann. Destroyed. Ich würde sagen, halt doch den Sammel hier. Ähm. Ich würde gerade sagen, das lässt du vielleicht mal bleiben. Und er ist zu Fabulous. Komm. Oh, Snipe. Gesnipet habe ich den. Das überlegt er sich zweimal. Alter, seine Fabulousness kam ihm teuer zu stehen. Snipe. 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 Alter, das sind coole Schwerter. Lässt du den mal ruhig? Nein! Shit! Ach, scheiße. Alter, der Damage. Links und rechts schnitzelnder Motherfucker. Einmal so. Einmal reloaden. Excellent. Kommst du her, Kleiner? Ho, ho, ho. You're gonna die. Oh, warte. Hier ist Zeug. Gib mir, gib mir. Alter, hier durch die Gegend zu fetzen. Bockt mal echt. So durch den Wald? Da, 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 da. Oh, der ist genau reingelaufen. Boah, genau in die Fratze. Nuni! Was sind Titanen genau? Äh, ich glaube, das konnte man so noch nicht sagen. Beziehungsweise, ich habe Season 2 nicht geguckt. Ich glaube, da wurde das dann irgendwie mal genauer gesagt, was die genau sind. Aber Titanen sind basically übergroße Menschen. Es sind, um es ganz genau zu fassen, sind es einfach nur übergroße Zombies. Oh. Vor allem in der Luft kollidiert hier. Der hat sogar lange Haare. Und hätte mich beinahe erwischt, weil er sich in der Luft resettet hat aus irgendeinem Grund. Get on my level. Und zack. Was für ein Roboter war das gerade? Ringer weg. Die sind nicht zum Essen. So, jetzt kümmern wir uns um den Großen. Da ist er auch schon. Oh mein Gott. Oh, I will move. Instant. No challenge. Den als Bonus noch. Vor allem wie er unsterblich ist, weil ich in dieser Cutscene bin. Nice food. Ass. Oh, da wurde nur eine Mission. Kann auch nicht mehr abschließen, als da ist. Doof. Ja gut. Machen wir Hauptstory. Machen wir Story weiter. Let's go. Let's go. Do some lady shit. An diesen ganzen Fluff kann ich mich, by the way, im Anime nicht erinnern. Das wird lustig. Ja, die Frau ist mir sowieso... NANI?! Warum ist ihr Nacken ihr Schwachpunkt bei den Titanen? Was weiß ich? Bin ich ein Titan-Neurologe? Das ist halt so. Elvie, mitte yo! Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin auch am überlegen. Und kommt drauf an, wie der Pricetag nachher auf Steam ist. Muss ich mal gucken. NANI?! Hast du mal eine Nackenschelle mit einem Schwert abbekommen und überlebt? Na also. Na also. Allein schon. What the fuck? Jetzt wird man nicht frech, dude. Oh, Mann. Ja, aber das hat schon irgendwie einen tieferen Grund, warum das so ist, wie es ist. It's Attack on Titan und so. Sogar auch für die Switch? Ja, macht Sinn. Wir bringen den zweiten Teil raus, obwohl der erste fast kaum irgendwo rüberkam. Ja, geil. Hättet ihr euch das nicht mal früh überlegen können? Ja, ich bin einfach. Warum bin ich hier aus? Ich bin hier aus. Ich bin hier aus. Nass es nicht Clef, wie ich hierhaut habe, wird... So, das muss schnell gehen. Eines Tages bin ich wieder König von Fleischdrohnen. Ja, das mag sein. Das kann passieren. Was machst du da oben? Hallo, da war ein Gebäude im Weg. Was kann ich denn dafür? Hey. Okay, dann. Ich kann ja auch so durchfetzen, das ist kein Problem. Sehr schön, das andere Beine auch. Und zack. Problem gelöst. So, Pony, komm her. Wir müssen los. Den lässt du los. Hallo? Was fängt dir denn ein? Gebt ihm die Dröhnung, Jungs. Mach ihn fertig. Und zack. Was macht ihr denn für komische Geräusche? Das war gerade merkwürdig. So, jetzt aber. Okay, Bäume funktionieren auch. Oh, nein. Ich will die Kanone. Gebt, 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 gebt. Oh, Gott, sagen. Hallo? Wie groß soll dein Nacken denn noch sein? Fuck. Das war meine Lieblingskanone, hier Säcke. Oh, daneben ist auch einer draufgegangen. Nee, nicht komplett. Schade. So. Kurzer Prozess. Wozu man fährt? Meistens krieg ich fast irgendwo so eine Wand oder ein Baum. Äquoblast, danke für den Wett. Was bist du denn? Fällt dir denn ein? Hä, was bist du denn für ein Übermensch? Soll ich den fangen hier? Ich soll euch wirklich in die Falle locken. Alter. Provokation. Drücke, was auch immer das sein soll. Ohne Scheiß. Was soll das für eine Taste sein? Nee, es ist weder das noch das. Ich muss erst mal anderen Leuten helfen. Sekunde. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich binー. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ohne Scheiß. Und Snaps. So, ich habe keine Ahnung, wie... Ist das Select? Das soll Select sein. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich dich hinlocken soll. Ich lockere euch aber mal so, ne? Ach, da unten hin. Na, das kann dauern. Komm her doch! Lass mich nur schnell nachlachen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Nein! Ja, ihr steht mal schön daneben und guckt zu! Wie wär's damit, ja? Steht einfach da und guckt zu! Da kommt er! Ah, hier. Komm her! Okay. That's what you get. Hi! Ach, du Scheiße. Noch mehr. Erstmal braucht Günther Hilfe. Du siehst du. Du hast es nur gegen die. Du hast es auch für uns gemacht. Lass mich zurück. Lass uns zurück. ist das hier jetzt in dieselbe falle locken ihr habt da unten da kommt da oder kommt ein großer junge oder kommt aber ganz großer junge du darfst noch ein bisschen schneller antanzen random turm come on running in the nineties run like it's the nineties oh get fast der eine wurde auf uns ein pony geschossen oh fuck ich kann es nicht kennenzulernen hosen kann man nicht kennen oh hi okay der kommt trotzdem hier ja mein dude hier hi komm her willst du stückchen komm her du fuck wie ich wollte gerade sagen durchschießen jetzt mich auch noch weil ich daneben stand ich bin auf jeden fall low Lena ich bin conex ich bin Practice ich bin ich muss du ich Das sind tatsächlich einige. Jetzt kümmern wir mich mal erst um die hier unten. Die sind zwar noch relativ reichlich weg, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen, ne? Hi, würdest du? Danke. It's the fabulous Titan. Mega-Crit. Das war der. Den kümmern wir uns auf direkt. So viel Materialien jetzt schon. Lange Mission, aber lohnt sich am Ende. Oh, scheiße, ich hab kein Gas mehr. Oh, shit. Pferd. Ja gut, dann existier halt nicht. Nimm mich halt das Pferd hier. Genügt. Der da, okay. Den kriegen wir auch noch. Okay, ist nur ein kleiner. Da genügt auch das hier. Jetzt nur noch die in den Pass hier und dann haben wir alle, ist hier clean, ist hier. Dann haben wir aufgeräumt. Das ist aber auch noch ein großer. Oh, yes. Natürlich der große noch. Zwei sogar. Ach du Scheiße. Gut, wenn wir schon mal hier sind und gerade die Ultis haben, wollte ich gerade sagen. Das ist ein starker Leg. Meine Güte. Och, come on, wirklich. Hallo, ich hab ihn doch geflashbanked. Willst du mich verarschen? Nuni. Jetzt ist eure Klingel beschädigt. Jetzt haben wir aber alle Probleme auf einmal. Aua. Mach doch. Mach doch. Du bleibst eigentlich wohl. Ich bin aus der Konfi, also. There is no hole. So. Would you kindly. Ja, super. Oh, shit. Der kommt sogar zu mir. Nein, wie freundlich. Mein nicht vorhandenes Gas wird sehr zu schätzen wissen. Das sieht gerade nicht gut aus. Na komm, du Bein. Ab mit dir. Ja, ich hab auch keine Geschwindigkeit mehr auf dem Kasten. Flashman ist gleich hier nochmal neu holen, sonst. Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Oh nein. I can't do shit now. Oh, come on. Come on. Wo ist hier irgendwas? Wir sehen den Scheiß ab. Ich brauch Zeug. Und Zeug ist da vorne. Oh, fuck. Mach doch. Gottes Willen. Alter, der Letzte, ne. Der Letzte will nochmal unbedingt... Der will nochmal unbedingt Streit. Ach, schon wieder. Man muss sich offenbar echt erst die Arme vornehmen. Und die Kamera offenbar auch. Wenn ich gleich Out-of-Bounce klippe, ne. Wisst ihr Bescheid. I can't see Jack. Shit. So. Oh. Vier Angriffe fehlgeschlagen. Ja, tu mich auch. Jesus Christ. Sobald sie seinen Namen hat, entwickelst du Gefühle dafür. Okay. 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 Äh, ja, ey, gut, das hab ich gemacht, weil wir in dem einen, das sei denn mal, wo Bitkrieg geführt wurde, habt ihr euch immer nur ein Bit an, äh, Schädel geschmissen, aber dann immer ehrenlange Nachrichten. Deswegen musste ich da leider mal eine kleine Bremse reinsetzen. Weil das dann irgendwann Leute angefangen hat zu nerven. Deswegen musste ich da leider, das war auch die einzige Möglichkeit, entweder ich schalte es ganz aus oder ich schalte so eine, sag ich mal, Barriere ein. Deswegen, ich hab ja kein Problem damit, wenn Leute nur ein Bit hinterlassen, das ist ja nicht das Problem der Sache. Nur, wenn da halt dann, äh, ein, wenn sich Leute mit einem Bit beschmeißen, äh, und dann aber die Texte immer gefühlt drei Stunden lang sind, dann sitzt du natürlich da und denkst dir, boah, du kriegst einen Cent dafür, dass du dir jetzt, äh, zehn Jahre, äh, das da anhörst. Und dann hat nachher mal irgendwer Dings gepostet. Hier, was war das? Da hat nachher mal irgendwer irgendwelche Lead-Texte gepostet. Dann musste ich irgendwann leider eingreifen. Ich verstehe ja auch eine Menge Spaß, was das angeht, aber das war schon irgendwo nervig. Geil, noch ein Pony. Warum soll ich da 6.000 Geld für ausgeben? Das ist teuer Geld. Alter, das ist halt ein bescheuert im Kopf. Das ist teuer Geld. Na, Big Chase, warst nicht nur du. Deswegen, das waren, das waren mehrere Leute und dann wurde das ein bisschen viel irgendwann. Das können wir gerade einfach mal machen. Nö. Das Ding sieht da echt schon cool aus, ne? Aber da habe ich noch weniger Kling. Das ist schon, ne? Das Ding wäre vielleicht noch ganz cool. Aber damit bin ich richtig langsam unterwegs, ne? Nö. Es war Abenteuerland. Das war etwas nervig und sorry für den Big Krieg. Es ist ja nicht schlimm, so was. Nur, das war dann, äh, war schon eine leichte Ausschweifung an dem Abend. Wo ich dann leider sagen musste, so sorry, jetzt muss man hier mal langsam, äh, you know. Von wie viel Fluff kommt jetzt hier eigentlich noch? Ich dümpel jetzt schon seit anderthalb Stunden mit diesen Bilbos hier rum und denke mir, boah, wie kommt, kriege ich jetzt mal wieder die anderen Charaktere? Das wäre cool. Ich würde gerne wieder als Titan rumlaufen und Sachen prügeln. Doch, Items kaufen, ja, aber es bringt nicht so viel gerade. Weil das meiste kriege ich von Titan. Da ist es halt, äh, da beißt er noch eher zu. Er hat, Alter, das sind sogar die Schwerte, die ich ausgerüstet habe. Die Musik ist echt ziemlich kick-ass. Da ist schon direkt eine richtige Menge. Ey! Stop it! You fucking... Ey, fuck you! Alter, what the fuck? Hier ist er doch auf einmal ein bisschen stärker. Habe ich das Bein von dem anderen auch erwischt? Sah ein bisschen danach aus. So, alles mitnehmen. Kann man alles noch gebrauchen. Es waren sogar zwei. Und auch zwei. Nice. Äh, wieso steht ihr da drauf? W-w-w-w-w-w-w-waaah? I call bullshit? I call bullshit on this one? What the fuck? Er ist einfach durch die fucking... Durch den Boden geglitcht. So. War mal ein bisschen stumpf hier. Hallo. Ich kann nichts. Ich kann immer noch nichts. Was denn jetzt? Ich hab hier gerade keine Zeit. In zwei Jahren bin ich wohl geschlagen. Wo die wohl herkamen. Mein Liebespiel. W-w-w-wat ist jetzt? Ugh. Na, noch Christmas. Danke für das Follower auf jeden Fall. Nice ass. Well, thank you. Lass nach, laden, laden. Du solltest nicht klingen, nachladen, you. Da gebe ich jetzt gar mal meinem Gamepad die Schuld. Nee, ohne Scheiß. Mein Gamepad ist sowieso... Dass das Ding überhaupt noch... Jesus. Dass das Ding überhaupt noch funktioniert oftmals, ist manchmal ein Wunder. Ja, das Steuerkreuz, wenn ich nach oben drücke, lenkt er auch oft mal gerne nach links und rechts, was ein bisschen problematisch ist. Das Steuerkreuz ist so ausgenudelt bei mir. Das Brass funktioniert. Sonst noch wer hier? Nö. Gut. Ich brauche nämlich Zeug. Noch wer? Oder darf ich... Ich brauche nämlich noch mehr Zeug. Äh, bei. So ein kleiner. Das ist mir die liebsten. Nö. Wie findest du, dass das Spiel einen Multiplayer hat? Äh, ist es okay, I guess. Ich meine, ich brauche nicht unbedingt einen Multiplayer, wenn der Singleplayer an sich funktioniert. Von daher. Ich meine, es funktioniert an sich gut. Aber war das nicht so, man kann irgendwie im Multiplayer nur Sachen machen, wo man im Singleplayer schon gemacht hat, was das Ganze irgendwo... irgendwo... Ich weiß auch nicht. Ich möchte schon fast sagen, ein bisschen useless macht. Weil ich meine, warum soll ich das Ganze denn im Multiplayer nochmal machen, wenn ich das, ne... Im Singleplayer genau dasselbe gemacht habe. Nur mit einem anderen Dude. Es sei denn, es sei denn, es sei denn, es hat irgendwie so ein... Ich möchte schon fast sagen, PvP-Aspekt, aber... Oder wenn... Was auch noch cool wäre, vielleicht, wenn einer Titan ist und der andere ist, ne... Das stehen mir noch relativ cool vor. Einer ist Titan, der andere ist Jäger. Ja, aber das, äh... Das zu balancen. Viel Spaß dabei. Ah, geil. Noch mehr von den Viechern. Gib mir mal eins zu euch. Oh, das sind ein paar. Oh, das ist ein paar. Ja, gut. Den Gleit... Okay, Dude, mach halt. Wenn du meinst, das bringt dir was. So. Der Dude ist wieder sicher. Oder auch nicht. Jetzt ist er sicher. Warum war das nur Silber? What the fuck? Ja, kommt alle mit. Okay, noch mehr. Aber hier oben ist auch eine Gasflasche. Kommt der jetzt her? Wo ist die Gaspulle? Da. Need that shit. Woop. Wooi. The mid... Wohooo! What a damage! You fucking missed! You fucking missed! Gib mir alles, was in deinem Körper ist! Ja, du bist doch gar nicht wehgeschlagen, was willst du denn? Hoch da mit dir! Was? Man kann diesen Erkundungsmodus auch im Multiplayer machen. Das ist schön! And then again, why should I do it? Ich mein, das gibt mir auch nur Bonuszeug. Deswegen. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, so ein richtiger Koop wäre mir dann irgendwie lieber. Weil das sind einfach, das sind Missionen, das ist Fluff. Wieso ist Mission fehlgeschlagen jetzt? Ah! Hoch! Meine Güte, es ist eine Mauer vor dir! Was ist denn jetzt nicht genug? Ja, schön. Ich lad mal hier nach, ne? Mann! Geh doch da jetzt hin! Meine Güte! Ihr werdet ja wohl mit dem Paar da zurechtkommen. Alles muss man nicht konzentriert. Willst du mich verarschen? Wieso das denn? Wieso das denn? Ich hab auf seinen Nacken gezielt! Auf seinen Nacken angegriffen! So what's your fucking problem? Da ist kein Angriff fehlgeschlagen! Was willst du? Alter Verwalter! Verarschen kann ich mich alleine? Wer sich spielt! Meine Güte! Verarschen kann ich mich alleine? Und tschüss! Du kriegst direkt die Dröhnung! Problem gelöst! Come on! Schönes Knie! Ja, da bin ich jetzt wieder anderer Meinung, weil da hab ich jetzt geschlampt! Aber gut, da kann man sich offenbar ja drüber streiten. So ihr großen Wichser! Ihr kriegt die volle Dröhnung! Scheiße! Nein! Oh, das wollte ich doch gar nicht! Fuck! W-w-w-w-w! Bin ich auf Teil konzentriert? Hä? Hä? Ja, what the fuck?! 特別xo, ja... Hä!? Bin ich dafür jetzt bestraft, dass ich nichts gemacht hab? Ja, hier wieder! What the fuck?! So, du Häslete. Und jetzt haben wir hier so einen übergroßen. Erstmal nachladen alles. Dauert ein paar Minuten. That did nothing. Ja, ich schneide lieber alles einmal ab, weil das scheint eher zu funktionieren als diese komischen Blendgranaten. Ich weiß, dass ich das Gefühl habe, die funktionieren dann dauernd nicht. Da, das funktioniert viel effektiver. Oh, meine Güte. Ja, das Schlimme ist, ich habe das Ding schon mal direkt ins Gesicht gedrückt und es funktioniert nicht. Deswegen ist es irgendwo effektiver, aber ich habe einfach die Körperteile abzuschnibbeln. Geht schneller. Als ständig irgendwie zu versuchen, mit meinem Fimmel-Control-Stick das richtig zu machen. Stell dich mal nicht so an. Bei dir ist noch alles dran. Du hast keine Wunden. Leutnant, sie brechen ihm den Arm. Woher willst du denn das wissen? Ich kann ja verstehen, dass sie hier irgendwie versucht haben, das Spiel ab 16 rauszubringen, aber Jesus Christ, der Typ hat nichts. Aber in, weißt du, ingame, bist du blutgetränkt bis zum Erbrechen. Da bist du schon so blutgetränkt, dass du das Gefühl hast, alter, dass du dir da keine Krankheiten einfängst, ist ein Wunder. Sagen wir mal ganz ehrlich, aber in den Cut-Scenes wollen sie nicht mal zeigen, dass dem ein Dude hier Beine fehlen. Ich meine, korrigiert mich gerne, aber haben ihm nicht die beiden Beine gefehlt, etc. und mehr. Ich meine, das war so. Eisenbämbels. Hm, okay. Was, warte mal, wie viel habe ich von dem Zeug? Ich habe eine Menge, außer davon. Leder habe ich nur ein. Achso, und jetzt könnte man es quasi zum Blitzmesser machen, wenn wir Leder hätten. Das ist aber mir zu teuer dafür, dass es einfach nur da ist. Diamantstahl, ja, da kann ich mir immer noch ein bisschen abschminken. Okay, kann ich erstmal nichts machen. Oh, meine Güte. Deswegen habe ich auch nur die, äh, deswegen finde ich auch von Attack on Titan. Sobald der, sobald Eren diesen Stein in dieses Loch schiebt, ne, ab da wurde die Serie irgendwie mega lame. Also relativ lame. Rüht mir nicht so ins Ohr. Kann ich jetzt auch mal wieder weinanders spielen als diese langweilige Müllgurke? Sorry, ich mag Labi einfach nicht. Ich finde den Dude so fucking langweilig, dass das an Körperverletzungen gilt. Jetzt kommen wir auch noch von hinten? Was seid ihr denn für welche? Dann machen wir uns erstmal ein paar. Fuck the Pony? Fuck the Pony? Fuck the Pony? Oh, die Kollision in dem Spiel, die findet das nicht witzig, was ich hier mache. Oh, Mann. Da ist mal den Großen hier. Voll im Nacken. Der Kleine hier ist aber resistent. Okay. Hey, schönes Lächeln hast du. Hier war doch noch so einer. Hier war doch ganz so ein kleiner Zwerg noch. Da ist er. Ach, da ist er. Komm, trau dich das nochmal. Egal, was du gemacht hast. Ich finde dich. Ich finde dich und er schießt dich. Fein. Ich hänge fest. Ich hänge irgendwo fest. Okay, dann. Und Snap. Ja, geil. Das war kein fehlgeschlagener Angriff, obwohl ich ihm im Grunde so gut wie gar nichts angerichtet habe. So. So hat das zu funktionieren. Ja, das hätte ich sogar gerne für Notfälle. Komm, komm mit mir. Beziehungsweise, ich sollte mir vielleicht auch mal so eine kleine Boy-Group zulegen. Sekunde mal. Sobald die Kamera nicht, ne. Holen wir uns mal so eine kleine Top-Fahr-Schnitt-Boy-Group. Am besten ein, der sich nicht gegenseitig überfährt. So, bingo. Pony, let's go. So viele. Wie sieht's auf dem Bild, sieht der irgendwie glücklich aus. I just cut his face open. Nice shot, dude. Was soll ich sagen? Machst du das lassen? Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp. Ich kann nix. Ich kann nix. Ja, I can't fucking see. Klingelst. Ja, komm. Kannst du woanders hässlich sein? Ich habe doch jetzt gerade die Klinge ausgewechselt. Warum? Meine Güte, mach es doch. Himmel, ja, sonst würden. Ja, ja, shut the fuck up. Wie lang ist er in diesem Status? Wie lang ist dieser Junge, dieser Boy im Status? Der Typ ist in der einzige Nahtod-Situation. Arsch? Geht doch. Dein Bein ist super scheiße. Oh, jetzt haben die da hinten auch schon wieder... Wie könnt ihr da hinten schon wieder Probleme haben? Jetzt sind wir nochmal wieder ganz zurück, weil die da aus irgendeinem Grund Probleme hat. Wenn ich jetzt hier wegen einem Titan herkomme, ne? Geht doch. Ja, gut, zwei. Und zack. Meine andere haben hier auch Probleme. Okay, dann. Ich wollte eigentlich gedacht, direkt auf den Nacken, aber gut. Ach, come on. Brauchst mich gar nicht so hässlich anzugucken. So, bitte auch. Pferd. Let's go. Noch mehr als genug hier zu radikalisieren. Ich fühle mich so langsam auf diesem Pferd. Können wir das Pferd mit ein bisschen schneller machen? So ein kleines bisschen nur. Das fühlt sich so unglaublich langsam an, dieses dreckige Pony. Es ist nicht Schattenmähne. Ähm, hallo? Geht doch. Weißt du was? Ich fahre selber. Wir sind hier in einem fucking Canyon. Genau den Rücken runter. So, vor allem, da will ich noch mal wieder RT drücken. Den Wähler mal in den Normen. Aber das Problem ist, die Taste zum Anvisieren ist halt genau daneben. Das ist manchmal echt ein bisschen fancy. Meine gute Nö. Oh, ja. Potts mir nicht voll, ja. Oder was auch immer du vorhast. Ja. Chill. Gebt mit Zeug. Ja gut, ich bin voll. Das ist mal was Neues. Okay. Kaputsch. War ich hier irgendwo... Random Shot, Random Träger? Leider nicht. Schade. Hä? Hä? Was? Das ist so ein kleiner... Von allen Seiten zerstört der Junge. Ach, ich hab den kleinen. Ich dachte, ich hab den anderen da. Ich kann... Ich kann... Ah! Und zack! Werden die schwächer oder werden die mal stärker? I cannot tell. Weit! Weit! So! Macht doch! Du musst immer aufpassen, dass ich nicht auf einmal in eine andere Richtung drücke und dann was mache, was ich nicht machen möchte. Passiert mir ständig. Das ist echt die Stimme von Jota, aber ich erkenne dieses Gebrille auf... Meter. Es gibt nur einen Japaner, der so männlich brüllen kann. Ja. Ja. Sturzflug! Boah, da hat keiner mehr abwurksen. Fuck. Wurden Sie? Fuck. Wurden Sie? Wurden Sie? Nein, nicht gut. Es sind ja noch viele... Wurden Sie? Wurden Sie? Außerdem hätte ich überhaupt niemanden, mit dem ich das online zocken könnte, davon mal abgesehen. Ich hätte Andy, aber ich glaube, der ist selber noch am Stream gerade. Das war eine Klingel noch, ein netter Flashbang. Der ist mal wirklich, der ist mal ein großer DUD. Was heißt denn, nicht auf Teil konzentriert? Ich war auf Teil konzentriert. Okay. There we go. Everything is dead. Von so einem Sprecher gesprochen, die Ohren haben ihn richtig erkannt. Ja, ey, war mir irgendwo voll klar. Cockblocked. Ich habe aber nicht vor, hier alles zu holen. Will ich ganz ehrlich, Platin mache ich irgendwo nur auf der Playstation. So, wenn es auf Steam ist, interessiert es mich irgendwo oft herzlich wenig, was Achievements angeht. Ich weiß nicht, es macht irgendwie dann nur halb so viel Spaß. Wird erledigt, Jotaro. Jetzt nicht auf dem Boden, das ist immer... Das meine ich, es geht jetzt um einiges effektiver, wenn ich ihm einfach die Arme absäbeln. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Hallo. Geht doch. War schlecht, aber geht. Da, da passt ein Mensch durch. Was ist dein Problem? Todesmixer! Es ist der schlecht gelaunte Kampfzwerg! Wo das sieht aus, du Twat! Wow! Zwei Stunden Fluff! Na gut, hätte es schneller gehen können, hätte ich die Sondermission nicht gemacht! Die Sondermission hat die Sondermission nicht gemacht! Nice! Man muss sich echt vorstellen, was wäre wenn... Oh yes! Diamantenstahl! Wenn es... Ne... Neue Kleidung? Neue Kleidung? Neue Kleidung? Neue Kleidung? Ja, ne.. Was wollte ich gerade sagen? Totally forgot it... Ach nee, wenn Stand User.. Este lagi mit Titan! Ne?! Das wäre irgendwo glaube ich witzig... Der kolossale Titan hat immer wieder sich benommen wie ein Riesenarschloch. Der sieht auch ein bisschen aus wie der eigene Dude aus Fullmetal Alchemist, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Verheerender Schlag des Verrats. Sehen wir jetzt die Szene, wie Levi auf gefesselten Ehren einprügelt? Du hast uns zwar gerettet, aber fuck you! Ja, ich habe ja nur euren wertlosen Arsch gerettet. This is why I hate humans. Ich habe ja nur die Schmerzen. Was ist das? Ja, es ist das Sinnvolle. Das finde ich immer süß, weißt du? Das ist perfekt im Grunde. Du kannst den nettesten Menschen retten, eben den Arsch putzen, aber kaum sagst du einmal, mein Gott, ich mag ja Pizza mit Ananas, schon bist du auf einmal der Nationalfeind Nummer 1. Das ist warum du ein Bunch of Cunts bist. Das ist ein Bunch. BOOM! Unnötig! 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 Why?! Blut gibt's nur in Gameplay! Unnötig! Wissen Sie, es ist nicht sicher. Es ist eher nicht das Problem, dass es nicht mehr als die Schmerzen ist. Wird die Kraft der Macht? Wird die Menschen, die es gibt, oder? Ich möchte das Ergebnis auswählen. Hm. Das Ergebnis ist. Wow, eindenkender Mensch. Applaus für die Menschheit. Ganz ehrlich, deswegen finde ich den Plot ab der zweiten Hälfte von Season 1 einfach nur abnormal dämlich. I mean Jesus Christ. Man hat gesehen, wie er als Titan einen Forkload an Titanen zerschreddert mit seiner bloßen Faust. Und nur weil er einmal nach einer Person geschlagen hat, ist er direkt Obernazi. Ich finde diese Idee so grundlegend dämlich einfach nur. Es ist wie in One Punch Man, weißt du? Da ist der Deep Sea King, der Held nach Held nach Held nach Held nach Strich und Faden verprügelt. Dann kommt Saitama, haut dem Vieh einmal einen über den Schädel. Das Ding ist platt, alle denken so, voll doof, bestimmt nicht richtig gemacht und so. Anderes Beispiel. Alle Helden schlagen an diesen scheiß Meteoriten rum. Nothing happens. Saitama rettet Welt, aber mein Auto wurde kaputt, du bist voll scheiße. Das sind so diese Momente, wo ich Menschen in Animes hasse. So unglaublich dämlich. So unglaublich egoistisch und verblödet. Das hat mich in One Punch Man aufgeregt, das hat mich hier in Attack on Titan aufgeregt. Wo kam das noch? Wo hattest du noch so ein richtiges Idiotenvolk? So die richtigen AfD-Wähler, weißt du? Hat er nicht gesagt. Sorry, das musste jetzt mal raus. Beinhaltet es, dass ich zum Titan werden darf und andere Titan prügeln darf. Oh ja, solche Menschen gibt es in echtem Wild zu Haube. Es gibt leider zu viele davon. Ne, im Real Life gibt es noch viel mehr, was mich aufregt. Leute mit zu großem Schubladendenken, Leute, die null offen sein können, was Ideen angeht, die null offen sein können, was irgendwas in ihrem verdammten Leben angeht, was irgendwo nicht irgendeiner Norm entspricht. Boah, ich könnte mich Stunden über Leute auslasten, die dieses übertriebenste Schubladendenken haben. So, danke. Mehr besser Blade. Dankeschön dafür. Vielleicht könnten wir doch... Ach, lass mal sein. Das Ding mach ich mir ja so. Komm, stell mal her. Aber wir können ja mal gucken. Eisenteile habe ich mehr als genug von. Nein. Habe ich auch mehr als genug. Guck, was man daraus machen kann, schönes. Das ist immer noch fucking weak, aber die Haltbarkeit ist rabiat. Was fehlt mir denn? Geld fehlt mir. Okay. Du, Rinn-Meh-Meh, das kann ich komplett verstehen. Ich bin auch manchmal netter, als es eigentlich sein muss. Aber wenn ich denn mal tatsächlich... Im Einzelhandel bin ich ganz schlimm vor allem. Da willst du mich nicht erleben. Wenn ich einkaufen gehe, ne? Und ich sehe so einen Spongo. So einen Arschloch. Der sich wie die letzte Potzaufer hält, ne? Den Pile drive ich in die nächste Kasse. Eren ist wieder mega pissed, wieder unten. Sieht schon wieder aus, als würde er dein Gesicht essen. Sieht schon wieder aus, als würde er dein Gesicht essen. Von daher, ich habe kein Problem damit, jemandem gegenüber ein Arschloch zu sein, wenn es das bedeutet, dass jemand anders dabei beschützt wird oder besser drauf ist, sag ich mal. Jesus Christ. Der eine Fehler, auf dem sie alle rumreifen. Ja, wie wär's, äh, hol dir ne Knarre und mach Ende, mein Dude. Ich kann dich sowieso nicht leiden. Aber du weißt, wo die Titanen sind, geh da hin und spring in den Rachen. Warum machst du, warum, warum stellst du dich jetzt vor mich und machst so einen auf Drama Queen? Hm? Jean? Schween? Ich kann den Kerl nicht leiden. Jesus Christ. So, darf ich wieder was, äh, ne? Ja, der Zwerg. Oh, deswegen, Mikasa mag ich wenigstens noch. Die ist, äh, ne? Warte, shit, ich habe doch neue Kostüme. Wo kann ich die denn einstellen eigentlich? Oh, Renmeime, das kann ich verstehen. Das ist bei mir genauso. Da ist bei mir Ende. Da fliegen Dropkicks. Leute landen in Suplex City, eben in solchen Situationen. Darauf werde ich hart! Okay, sorry. Lachen. Lachen wir das so? Alter, er ist auch irgendwie dauerpist, ne? Mit solchen Mega-Obenbrauen. Alter, weißt du, so eine Augenbraue wie ein Truck. Ach du Scheiße. Ähm. Hä? Ich bin doch nie ganz alt. Wieso kann ich jetzt nicht mehr diesen Multimove? Hä, was ist los hier? A Dragon. Vielen Dank, wer ist all alone. Jetzt kann ich es wieder. Irgendwie gerade eben hat es nicht funktioniert, komischerweise. I can't see shit. Danke. Oh Scheiße. Oh Moment. Moment. Halt, halt, halt. Danke schön. Naja, immerhin kann ich wieder Mikasa spielen. Sprechstens habe ich wieder jemanden mit halbwegs einem interessanten Charakter. Aber das heißt, das ist eigentlich, Mikasa ist schon cool eigentlich. Wo fällst du jetzt eigentlich gerade durch die Gegend? Ah, okay. Ich finde es immer geil, wie die Viecher nach sich irgendwie hier Gebäude hochmorten. Fuck, mein Mann. So, jetzt aber. Na, mein Kleiner? Alles cool bei dir? Magst du mich weiter an? Ja, guck mich ruhig weiter an. Das ist mir eigentlich scheißegal. Schneide ich dich dann auf? He doesn't pop. I can't see shit. I still can't see shit. Okay. Okay. Oh yeah. So funktioniert das. Alter, ultimative Zerschnitzelung. Hat sich in der Zeit sogar alles wieder aufgeladen gefühlt. Die Leiste. Da fliegt einer durch die Gegend. Und jetzt war es das mit dir. Ob es hier auch solche The Floor-as-Lava-Challenges gibt, so berühr den Boden nicht. Oh, genau den Rücken runter. Weißt du, kaum haben wir Mikasa wieder da, ist alles cool. Zielangra... Hä? Ah, Canon. This is Canon. Ups. Weg. Okay, there we go. Ey, wer ist denn mit Mikasa? Ich weiß, sie ist irgendwie... Eigentlich ist sie nicht anders wie Levi. Schon fast, aber es fühlt sich anders an. Ja, geil. Von da komme ich gerade. Wupp. 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 Alter, mit der Kombo. With the one, two. Oh, fuck. Okay. Yeah. Okay, bevor ich da mich jetzt gleich in den Kampf stürze, muss ich erstmal Gas nachladen. So. Klingel geht noch. Dann Richtung Süden. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. However that worked. Why? Nicht auf Teil konzentriert? Was? Ich will doch nur... Ne, danke. Ja. 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 Manche kannst du aber auch echt nicht sehen, wo der Kopf oder der Arsch ist. Ne, warte, da ist die Kanone. Das Spielzeug brauchen wir. Und dann... Das da. Das ist eine starke Kanone. Ich stehe auch total auf die Musik, ey. Ohne Scheiß. Die geht gut ab. Gebt mir Zeit. Ich werde ja mal nachladen. Jetzt haben wir gerade sogar Zeit dafür. Hoch mit dir. Alles gut. Bin schon da. Ne, ne, ne. Fehlgeschlagener... Hä? Da war kein einziger fehlgeschlagener Angriff. Gasbulle. Äh. Achso, da ist die Karte zu... LOL. Äh. Okay, gehe ich Random Titans, äh, slashen. Habe ich auch kein Problem mit. Der gaggt jetzt erstmal durch die Gegend. Oh, fuck. 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 Äh, hallo. Macht doch, bitte. Eigentlich, ne Güte. Hallo. Ja, sag mal. Visier den doch jetzt bitte mal an. heilige Scheiße. Nicht auf... Ich war voll auf das Teil konzentriert. Verarsch mich doch nicht. Jetzt verarscht mich das Spiel aber. Ja, jetzt verarscht mich das Spiel schon wieder. What the fuck. Ja, den Rang hält mir jetzt sowieso schon wieder in die Haare schirm. Ernsthaft? Ihr kommt an diesem einen Zwerg nicht klar? Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Braucht ihr echt meine Hilfe, um mit diesem einen Zwerg fertig zu werden? NPCs, ey. Ja, geil. Dann, Mikasa ist schon direkt wieder fit. Ne, mir hätte jetzt nochmal drei Jahre geheult. Boah, ihr versperrt euch einiges den Weg. Meine Frage, macht ihr überhaupt was? Oder seid ihr als NPCs dazu bestimmt nichts zu tun? Ei, 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 ei. Gut, fahre ich halt mit euch Pony. Wenn es halt so sein soll. Ich will den Schuss-Titan ja auch wieder sehen, Mensch. Ich will ja auch. Aber ich darf nicht. So, wo fetzt ihr denn jetzt? Da. Also es existiert nichts mehr auf der Karte. Nur mal so nebenbei. Es existiert absolut nichts mehr. Ich habe alles ausgelöscht. Ah, da ist der letzte Dude. Äh, hallo. Okay, Moment. Klinge nachladen. Na, wo ist sein Kopf? Da. Von was? Ja, das hat es ja gebracht. Das hat es, das hat es wirklich gebracht. Alter, das hat es ja überhaupt nicht. Diese Flashbangs halten jack shit. Doch. Oh. Oh. es ist sein ja das ist sein armen manchmal ist das echt ekelhaft zu erkennen beides leer die fressen das zeug ja geradezu ich finde es geil wie der rest einfach nur daneben steht und zuguckt jetzt ohne scheiß habt ihr es gesehen die stehen echt nur daneben und gucken zu wie ich das ding jetzt als schnitzel und wie es sich in den boden gehackt habt ihr schön gemacht standet schön daneben als gut ausgesehen also aus meiner position ja diamond steel hey i love mary jane es geht oh geil ich darf armin spielen i have to press b a lot hier outfits ah nehmen wir das hier die jacke steht ihm besser auch wenn ihm die äh ne diese mega blades stehen ihm irgendwie überhaupt nicht naja wir haben nichts neues genau was ach so 5 ok wird ja mal besser hier version 6 alter wie weit geht das super langlebiger stahl und dann ist das ding sogar schon so stark wie unsere tiger zero und hält sogar um einiges länger ich meine die klingenlänge ist nicht lang aber ich meine jetzt nur mal aus interesse was ist wenn wir tiger zero nehmen das messerchen dazu packen das dazu packen und das dazu das ist eine menge zeug plus 10 ja mensch das ist sogar ne das ist eine menge zeug jesus christ ja gut aber wir wollen sowieso erstmal wieder geld in der tasche oh ja ich darf wieder einen haufen b drücken armin gameplay press press b a lot hat jemand einen plan wann die dritte staffel beginnt dieses jahr keine ahnung ich habe die zweite noch nicht mal geguckt ich kenne nur den meme wo er diese holztür auf macht irgendwas dahinter sieht und wieder zu macht blut 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 Das war's für heute. Nee, der Typ ist auch geworden. Ja, hier müsste ich für Armin ein komplett anderes Dings mitnehmen. Ein komplett anderes Equip. Einfach weil mit Armin kann man viel besser was, irgendwas machen. Außer selber. Alter, er macht überhaupt keinen Schaden. Boah, ich brauch dringend, Leute. Ich brauch dringend, Mitarbeiter. Wo kam der denn her? Der ist da. Ich kann auch nicht sehen. Spiel. Die Kamera ist echt nicht nett. Geh, 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 geh. Nicht auf Teil. Ich hab ihm genau das Genick durchgesäbelt. Nicht auf Teil konzentriert, du mich auch. Ah, jetzt hab ich, Leute. Ja, ihr macht auch nicht viel mehr Schaden. Ihr verfehlt sogar überwiegend. Aber man muss mit... Ach, ihr seid jetzt einfach aus dem Boden geschaffen. Ja, ich brauch echt bessere, Leute. Ja, ich brauch echt bessere, Leute. Ich wär schon froh, wenn wir ihn mal treffen würden. Oh, shit, ich hab keinen Knicks mehr. Fuck. Oh, fuck dich. Das Problem ist, sie sind gelockt. Die krieg ich gar nicht los. Das heißt, ich muss mit der... mit der Truppe, die hier ab rumlaufen. Alter, wie viele von euch kommen denn noch? Keiner von euch hat getroffen. Das, Chris, Alter. Narben Kinders. Vielen Dank für deine... für deine Spende, Dude. Man muss ja alle losschicken. Die meisten sind ja nicht in der Lage zu treffen. Geht doch. Zack. Oh, fuck. Und den da. Am weit. Klingel ist oh, shit. Könnt ihr auch mal irgendwas? Jesus Christ. Unzuverlässig. Unaccepter. Wat? Die haben mich einfach aus der Luft ge... Die haben mich aus der Luft gegrabt. Was ist denn mit dem kaputt? Und krieg ich bitte richtig gute Leute? Oh, shit. Move, bitch. Move, bitch. Smack. twitch da könnt ihr mich nicht für belang es hat keine genitalien könnt ihr nicht tun ich kenne ich wüsste typ den die grüß ok ich geh da mal tschüss der Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Armi! Hey, ich bin ein Geist! Ich bin ein Geist. Das ist ein Geist? Das ist ein Geist? Das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Ups. Ja, da möchte ich mich eigentlich nicht mit anlegen. Nicht mit Armin. Aber ich möchte nicht mehr arbeiten. Ich will auf den Boden legen. Ich will auf den Boden nicht. Titan-Härte. Bei dir, du bist ein Geist und Gerät. Diese Geist und Gerät, du kannst dich... Ansonsten schweigst du dich, als nicht das andere Teile angreifst. Ja, du kannst du auf den Boden. Genau! In der Fall ist das ein Bein gewesen. Ich bin immer noch im fucking... Bestens habe ich jetzt ein paar Leute, die ich mich bestens verlassen kann. Ich spiele aber immerhin. Warte, da ist noch einer. Oh shit, ja. Oh, das ist die Olle. Okay, tschüss. Hab Spaß. Ja, Raubombe. Ich war doch auf das Körperteil. Äh, manchmal fühle ich mich echt verarscht von dem Spiel. Äh. Äh. Da mit Armin ist es manchmal echt wieder ein komplett anderes Spiel irgendwie. So, ich kann da... Ich kann schon wieder meinen Übermodus aktivieren hier. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Da ist sie durchgeknallt. Da ist sie durchgeknallt. Da ist sie nicht. Oh, come on. Bleibst du wohl? Geh da hoch, du verblödetes Pferd. Oh, meine Güte. Ja, geil. Ja. Weil ich diesen scheiß Hügel da nicht hochkam, weißt du? I just got kicked. Ja, geil. Ja, geil. Ich kann... Oh, mein Gott. Ich sehe schon wieder nichts. Fuckin' hell. Ja, das war wirklich dumm von mir. Weil ich nicht gedacht habe, dass er sich so schnell wieder umdreht. Wie wär's, wenn ihr irgendwas machen würdet? Du fucking Idiots. Hallo. Nein. Der Arm. Hallo. Oh, Alter. Oh, no. Alter, ich bin wieder bis mal auf. Okay, fuck this. Ich bin weg. Oh, bitte. Mach doch mal. Nein. Alter, Armin. Oh, fuck my life. Auch einmal nachladen. Pferd hier. Ja, da kann ich nichts mehr machen. Ich muss jetzt hier auch mal woanders hin. Ich kann mich die ganze Zeit mit dem befassen, wo ich sowieso nicht killen kann, wahrscheinlich. Ich kann damit keine Aufgaben betreuen. Ich kann damit keine Aufgaben betreuen. Ich kann damit nicht mehr. Wirklich. Obwohl er genau an seinem Kopf vorbeigeflogen ist. Oh, mein Gott. Jetzt riecht die Olle aber auf die Nase. Ich muss die Olle aber aufhalten. Oh, scheiße. Ich muss die so lange aufhalten. Ja, das ist ja ganz großes Kino. Ja, super. Das heißt, wir sollten uns jetzt mal darauf konzentrieren, uns auf die alle zu kümmern. Und die Rampage hier durch die Gegend, als gäbe es keinen Morgen. Das sind noch vier Minuten. Jesus. Und mein Pony hat gerade Asthma oder sowas. Mach die Olle fertig. Doch nicht den. Oh, Gott. Mann, die bewegt sich so viel. Die Olle Nervensäge. Oh, wie wäre es, wenn dein Anker nicht ständig irgendwo hinfliegt? Werte Armin. Anker. Was? Hustet die mich immer an, oder was? Oh, Gott. Das hat noch getroffen. Ja, leck mich. Oh, fuck. Oh, scheiße. Großer Fehler. Großer... Oh, fucking. Ja, danke. Jesus. Und der shit keeps running. Oh, alter. Das war... Ass. Ja, das ist... Allzeit bereit. Ja, super. Das ist ja ganz dandy. Uh. Die ganze Zeit ist die Maus im Bild. Warum sagt ihr denn nichts? Mann, 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 Mann. Sagt da nichts. Und du bist richtig happy da drüber, ne? Meine Güte. Was brauche ich da nochmal? Hochwertiges Holz. Und 10.000. Alter. Oh, war ein teurer Spaß. Das kann ich aber upgraden. Yes. Not bad. Ne, warte. Wir können ja mal... Ach, das habe ich jetzt... Ah, shit. Äh. Was ist, wenn wir das... So machen. Nicht so dolle. Hm. Gasdruck und Verbleibnisgas ist erhöht. Ach, kann ich mir eh nicht leisten. Warum gucke ich da immer? Ja, irgendwie haben wir es geschafft, noch am Leben zu bleiben. Oh, bitte lass mich jetzt entweder Eren als Titan spielen oder gib mir irgendwelche kompetenten Leute. Weil sonst mache ich das gleich echt nur noch so. Ich stelle mich hin und presse Bier, Lord. Ich stelle mich. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Du hast dich nicht mehr gesehen. Wenn du das, was du hast, dann... ...dann ich mich nicht mehr gesehen. Achtung, ich bin auf einmal Levy, okay. Achtung, ich bin wieder der Kampfzwerg. Oh, falsche Richtung. Okay. Snap! Das ist Gas. Gas, Gas, Gas. NANI?! Ich bin wieder der Leute. Jo, willkommen zurück und vielen Dank für die Witz. Ja, hätte ich das Gas nie aufgenommen, dann hätte er vielleicht nicht von ihm abgeblissen. Ja, ich glaube, ich sollte mich hier in dem Fall mal beieilen. Wenn die Durchgeknallte antanzen, dann haben wir ein Problem. Wieso zieht so... Okay. Ich habe gerade... Ich verstand, warum er auf das Bein gezielt hat, aber okay. Oh, es geht schneller, wenn man das so macht. Eren bewegt sich nicht mehr. Wie wäre es, wenn er sich wieder bewegt? How about that? Also, manchmal hat die Kamera aber auch einfach nur einen Anfall. So, Eren, bewegt dich. We got no time for this bullshit. Okay. Das Nachladen. Das sieht der Kleine da nicht. Alter, das sah merkwürdig aus. Ich habe gerade gedacht, der will irgendwie eine Spirit Bomb aufladen oder so. Ist das nicht so, ob es die Perin geht? Es ist lustig, um ihn zu救en. Sie können uns nicht mehr verhindern. Erinn? Irgendwer? Warum? Ja, ich wollte gerade sagen, wie wäre es, wenn wir uns jetzt mal langsam weiter bewegen? Alter. Alter. Da ist es. Denken muss man gerade kümmern. Ich will Sankoku als spielbarer Charakter im Spiel haben. Sankoku, ja gut, Sankoku wäre ein bisschen okay, aber... Oh meine Güte, kümmert euch jetzt echt um diesen kleinen Kram. Das ist ja mal nicht zu fassen hier. Okay, no mission accomplished. Nepp-Nepp liegt immer noch auf Eis. Oh, in den Baum gestopft. Es stampft euch zwar schon an sich nieder, aber ne. Es ist ein Trap. Oh, shit. Richtig, Jotaro. Du sagst es. Flashy lights. Oh, was ich ein Kram von hinten? Was ich? Oh. Oh, was ich eigentlich das? Oh, was du bei uns? Oh, was ich? Oh, was ich mit einem Kram? Oh, was ich mit einem Kram? Jetzt weißt du Bescheid, wir haben nur 20 Leute geopfert dafür. Spass. Ja, sowas finde ich immer geil, dass du in einer Escort-Mission für sowas noch bestraft wirst. Hochwertiges Holz, nice. Ey, weiß nicht, ich finde sowas immer merkwürdig. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder Armin. Sag mal, Armin, was bist du genau genommen? Pausenfutter? Oh, geil, ich kann mir ein neues Pferd kaufen. Ich kann mir blau kaufen. Kostet ja nur 10.000. Überhaupt nicht teuer oder so. Ach ne, ich kann es mir eh nicht leisten. Und hier fehlt mir immer noch Leder. Tiger Zero, Modell 3. Ich brauche noch ein hochwertiges Holz und jede Menge Kohle. Ja, gut. Tiger Zero. Der Name, allein das Schwert vom Namen her klingt so unglaublich cool. Will ich jetzt wirklich wieder Armin oder... Ach, das Kartoffelmädchen. Sie mochte ich immer. Die Tarn haben im Wald nichts verloren. Du kannst Gewaltbrände verhindern. Was wäre, wenn Saitama ein Titan wäre? Wäre nur halb so lustig, to be honest. Dann wäre er richtig ultra lame. Ich meine, dann wäre er so stark, wie er aussieht. Das ist ja nicht funny, ist das nicht. Wie könnte ich überhaupt nicht. Ich mache jetzt erstmalig, aber... Genau. Ich habe sehr lange, ich kann es nicht mehr so viel, aber... Ich habe eine große Rolle. Ich habe an sich, dass ein Mensch mehr zu ändern. Wenn du ein Mensch fühlt, wenn du kannst, wenn du ein Mensch wirst, wenn du dich verletzt, wenn du dich verletzt, wenn du dich verletzt, wenn du dich verletzt, Oh ja, geil. Hot and C, Leute, geil. Na gut, wir kriegen ein volles Team zusammen. Ach, du Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Du blödes Fett. Geh doch da rüber. Okay. Vollständige Verstümmelung. Ihr seid echt zu nichts Nutzer. Oh Gott. Darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Ja, wäre das, äh, ne? Wäre das so einfach nur. Mach doch das Bein ab. Das braucht keiner mehr. Geht doch. Haben die mich jetzt die Fähigkeit, mich anzuhusten, oder was? Titanen-Aids zu geben. Oh, ein Killstrike. Killstrike. Okay, gut. Das war der. Das ist ein kleiner. Kommt einer von euch? Ihr seid echt zu nichts zu gebrauchen. Ich mach's selber. Komm. Alter, Verwalter. Ihr habt einen Job, ne? Oh, Scheiße. Da ist ja. Wie ist denn der da reingekommen? Das ist schon erstaunlich, dass ich fast alle Leute losschicken muss, um einen so einen komischen Kriecher zu erledigen. Also, ich glaub, ja, Mission erfolgreich. Nice. In der Zwischenzeit. Können wir uns ja mal hier drum kümmern. Wow, ihr habt quasi immer getroffen. Okay. Pferd. Pferd. Ich darf kein Pferd davon benutzen. Okay, Team beigetreten. Nice. So, jetzt ist es eine Person, vielleicht mit ein bisschen minimal Kompetenz. Nice. Sehr schön. So muss das. Vielleicht das Fett benutzen? Ja, das Fettkalt benutzen. Mission accomplished. Ja, kriegen wir hin. Da können wir sogar ein bisschen nachleisten. So, alle los. Okay. Ach, Corny braucht auch Hilfe. Das ist ja wunderbar. Oh, und noch ein B-Mitglied. Nice. Even more trouble. Aua. 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 Sehr nice. Zerleder. Okay. Okay. Da tuckert noch einer durch die Gegend. Ja. Blippert alle dagegen. Das ist... Ihr seid echt Helden. So, erst mal erledigen wir das, was da oben ist. Ja. Och, geil. Ihr erscheint auch immer aus dem Nichts, ne? Da habt ihr echt Spaß dran. Ja, da haben die nämlich schon Leute. Oh, aber wenn ich Mikasa kriege... Ne, Mikasa kriege ich wahrscheinlich nicht, wa? Es wäre schön, wenn es wenigstens einer von euch versuchen würde. Aber ich mache es selber. Ihr braucht nicht aufstehen. Ich mache es schon. Es wäre gerade egal, ob das Gas kostet. Es geht schneller. War das gerade Santa? Ja. Hallo. Multiblitzerstörung. Jetzt noch mal sogar ein A-Typen bei uns. Vielleicht trifft der ja mal was. Ist doch mal zu lange. Shit. Na, komm. Ja, komm. Ja, sehr schön. Das hat noch funktioniert. Ja. Ich habe schon gedacht, das wäre zu spät gewesen. Bestand geht eigentlich gerade. Oder so. Ja, jetzt haben wir doch mal Leute, die tatsächlich was für ihr Geld tun. Die auch Schaden machen vor allem. Ich habe auch mal ganz vergessen, dass Armin ja ein Double-Dash hat, basically. Ne, Skyrim lassen wir heute mal. Skyrim ist immer so, das können wir eigentlich verdammt oft machen, aber... Ah, geil, das, äh... Sehr gut. Da ist noch irgendwo wer am Leben geblieben. Der da. Und der nackt. Nice. Warum auch immer ich keinen Haken, ich wollte gerade sagen, hier sind überall Wände. Die meisten kommen gar nicht so weit. Wirklich. Wow. Snap. Und zack. Wo ist der Letzte? Sehr schön. Gut gemacht, Kinders. Und da ist der große Hässliche. Und da mal nachladen. Und dann hauen wir die Viecher weg. Das sind ein paar viele. Ja, oh geil, schon. Können wir uns auch um den anderen Kram kümmern. Nein. Ach doch, den, da könnt ihr von mir aus auch. Aber der da. Der kommt mir nicht. So. Get slashed. Ja, heute gibt's nur den guten Attacken und Titan. Das sind so ein bisschen Tetris. Ach ja, so ein bisschen Tetris am Abend, ne. Hm. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Es ist pissig. Es ist stinkig. Aber das ist, der geht auch. Er sieht ein bisschen aus wie Lian. Oh, bitte sag mir nicht, ich muss das halt als Escort-Mission machen. Fresst sie einfach, es ist unauswärmlich. Oh ja, der Kleine will zuerst was von beiden. Verhindert dieses Gruppenkuscheln. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Es ist wie Resident Evil, nur größer. Es ist einfach nur ein riesiger Haufen Mensch. Ja. Noch mehr Expeditionszeugen. Günter Schulz. Ich bin hier der Hand. Die Leute. Warte, Levi. Ich bin für den Gas und den Begriff. Es ist viel Zeit. Ich glaube, das ist genug. Warum? Das ist eine Begründung. Beide. Entschuldigung, Elvie. Ich glaube, wir müssen die Entscheidung des Begründers. Ich bin letzten Endes ein Kampfzwerg, also weh, Cockroquet. Ihr Cape dreht auf jeden Fall durch. Ich darf jetzt tatsächlich mal wieder Eren spielen, meine Güte. Bringt ja alles gerade nix, ne? Ich meine, das Ding, ich stelle es mir verdammt, es sieht auch verdammt stylisch aus, ne? Vom Bleiben des Gas geht nur ein bisschen runter, aber trotzdem. Das Ding fetzt dich denn durch die Luft, wie nix gut ist. Ja, ne, ich glaube, das lassen wir erstmal so, wie es gerade ist. Ja, kann ich sowieso nicht. Dann sparen wir mal, komm. Okay, let's go. Eld Jin. An die meisten erinnere ich mich gar nicht. It's next level, Günther. Ich glaube, das ist das Ding. Ach so, scheiße. Das kann dauern. Wie hat mich das getroffen? Das kann ewig dauern. Die Teile halten ewig aus bei ihr. Ja, geil, danke. Oh, fuck. Okay. Wir haben fast schon mal ein Bein. Da geht sie down. Immer weiter druck. Ja. Da geht sie down. Immer schön auf die Beine. Ich bin wedle zu. Ich verstehe aus. Ich bin mein Weiner. Ich bin der Bein. Da geht es. Alter, warum macht der halt den Naruto-Warning? Splat! Du hast doch geschummelt! Oh, du gehst runter! Ich bin der Champion von Weihnachten! Ich bin der Zwergerangriff, drücke A um Angriff auszuweichen und gesundheitliche Stimme-Angriff auszuführen. Okay! Fuck! Fuck! Oh, in die Fratze! Torchglock! BUTTS! BITCH! Oh, crudy, ja... Ah, komm her, gotcha, putz, ah, scheiße, dein Leben, fuck you, you going down, champion christmas, okay then, okay, du willst Runde 2, gut, Runde 2 mit champion christmas, fuck you, oh wait, fuck off, don't mess with champion christmas, champion punch, gotta die, bitch, vollständige Unterwerfung, sinnlos anbrillen, oh, god punch, alter, der Kiefer voll hinüber, okay, sorry, aber das, das Bild, ne, okay, it looks retarded. no, no, daran konnte ich mich jetzt nicht erinnern. oh, ja, das war, oh, diese Mission jedes Mal, ne, sie bringen an sich wenig, aber sie fühlt sich so unglaublich gut an, weil da so viel Gewicht in diesem Punch liegt. ich spiel jetzt irgendwie, nice, hattet ihr denn nicht auch irgendwie neues Outfit? ja, poncho und nicht poncho, ja, das sind mal schöne Outfits zur Auswahl. so, was haben wir denn hier, oh, oh, das gute Zeug. ja, ich glaube, ich kaufe mal ein bisschen Leder, weil irgendwie kriege ich kein Leder mehr in die Kasse, was dumm war, weil ich jetzt Tiger Zero nicht aufleveln kann, es sei denn, ich verkaufe was. mein, hier habe ich doch bestimmt, ja, das bringt nichts. das Ding ist, wait a second, das Ding ist eigentlich besser, warum habe ich das nicht ausgerüstet? warte mal, das Ding ist besser in zwei Punkten. ach, weil der Gasdruck so übertrieben in den Keller geht, genau deswegen habe ich das nicht genommen, ja, stimmt, der Gasdruck geht da so übertrieben in den Keller. ja, 134 minus, alter. naja, ich könnte, ne? ach ne, mir fehlt noch hochwertiges Holz. das ist ja gut. ja, dann können wir auch noch, äh, ja gut, von mir aus, machen wir das mal. nein. nein. und dafür fehlt Leder. das ist ja mal wieder das übliche. ok, dann. ok, Das Weibchen töten. Das Weibchen. 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 Was für ein Voller, vielen Dank für die 5-Euro-Spende. Schon wieder auf die Beine. Hier geblieben Ich bin mit deinem Bein noch nicht fertig Ich bin mit deinem Bein 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 Ich kann mich nicht heilen Ich bin ziemlich angeschlagen Nein, nicht da Mann Ich bin mit deinem Bein Ich bin mit deinem Bein Ja, hilfsignal wäre das Ich habe eigentlich keine Zeit für sowas Weil die Ische rennt hier durch die Gegend und hat die Zeit seines Lebens Obwohl ich eigentlich ihre Beine irgendwo gelassen habe So, du brauchst nicht mehr Hilfe, oder? Ja, ich hoffe doch Aber ihr habt die Heilmittel, das brauche ich eigentlich Okay Okay Immerhin kann ich jetzt mal ein bisschen Terz machen hier Nein, nein, doch nicht den Arm Okay, okay, das war ein Arm Okay, das war ein Arm Das Problem ist Meine Klinge hält das nicht mehr lange mit Oh Gott, ich bin mit deinem Oh Gott Oh Gott Wo auch immer ich das Material her habe. Ich beschwere mich nicht. Alter. Nachladen. Okay. Oh Gott, das Spiel leckt gerade. Hä? Du bist nicht der, den ich suche? Du bist die, die ich suche. Ich bin nicht der, die ich zu retten habe. Ich bin nicht der, die ich zu retten habe. Ich habe mich nicht der, dass ich so blieb. Ich kann mich nicht der, dass ich so lange nicht mehr schlafen werde. Ich bin nicht der, dass ich so lange nicht mehr schlafen kann. Wie lange rennt ihr hier durch die Gegend, sodass man auf die anderen Biestler killen kann? Oh, schade. Es gab nicht dieses schöne Gesicht, was ein Anime hatte. Trickt ja. Ihhh, Schleimi. Ja, er ist nur... Er hat nur eine absolute Schleimhöhle. Oh, war's doch schon? Ich meine, so viel kommt an sich nicht mehr. Oh, war's doch? Ja. 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 Ich bin der Frau von Levi. Ich bin der Frau. Ich bin der Frau. Ich bin der Frau von mir. Ich bin der Frau von meinem Vater. Aber ich bin der Frau. Ich bin der Frau und der Mann. Sie haben einen Geist von dem Geist zu sehen. Ich glaube, dass ich nicht so leid auf dem Geist zu sehen. Ich bin da. Ja, gut. Welche Anwendung weißen? Boosters zweimal voll? Oh, nice. Jetzt kann er das auch. Neue Klamour. Schöne Klamour, was zum Anziehen. Schade, ich hätte jetzt zu gern mal gesehen, was Mikasa jetzt für Dings hat. Ach, schade. Ja, aber dann kommt ja eigentlich nicht mehr so viel. Ach, ne. Hm? Mir fehlen... Alter, mir fehlt echt nur noch ein bisschen Geld. 800. Wo kriege ich jetzt 800 her? Wenn ich die hier verkaufe. Oder ich warte noch. Ja, ich warte noch. Beziehungsweise... Wir können ja mal eine so eine... So eine Billow-Mission machen, sag ich mal. Das sollte uns eigentlich das genügende Geld geben. Ich meine, wir haben ja noch mehr als genug zu tun. Wieder mit wütenden Ehren. Because why not? Weil wir dieses Schwert haben. Ich hab das Gefühl, es ist fast vorbei. Weil von der Storyline fehlt eigentlich nicht mehr viel. Soweit ich mich erinnere. Ach, hoch mit dir. Hallo. Hallo. Hä? Geht doch. Meine Lude. Hey, zufällig. Ist es irgendwer... Oh, der da. Oh, Headshot. Oh, God. Hups. Na dann. Oh, shit. Ja. Da ist noch wer. Wenn ich hier noch aufräume. Na, komm. Da ist er. Ich weiß, dass du da bist. Ja. Get sniped. Alter. Weißt du, ich soll eigentlich die Stadt beschützen und sie nicht noch weiter kaputt machen. Aber who cares, ne? Das sind alles ein Haufen Arschlöcher hier. Destroyed. Okay. Ich hab damit mehr Spaß, als ich eigentlich sollte. Das ist... Gehört eigentlich verboten. Get slashed. Mission ist wichtiger. Oh. Ich bin zwar genau gerade in so eine Falle reingelaufen, aber das ist ja nicht wichtig, ne? Mann, hoch da. Warte, hier ist Verstärkung neben mir. Dankeschön. Pferd, ich brauche dich nicht. Nur mal so. Komisch, dass das halt funktioniert. Okay, das... Ja, gut. Mami, finde es immer schön, wie sich mal automatisch einen anschließen. Weißt du, die meisten wollte ich gar nicht. Okay, das sind zwei B, das geht eigentlich. Und Snap. Das Schlimme ist, sobald du den Dreh richtig raus hast, bringt das echt Bock hier. So durch die Luft zu fetzen. Was ist das denn da, kleiner Ficker? Das ist immer noch das Geilste. Auf dieser Kanone... Auf Baby-Titan schießen. Das ging voll im Nacken. Jetzt kannst du mir... Hallo? Ich wollte gerade sagen. Das Gebäude ist... Die Gebäude sind im Weg. Ich muss aufräumen. Ihr könnt hier alles neu bauen dann. Hat auch was für sich. Sniped. Okay, dann. Und einmal streiten. Alter, ich hab kaum was. Das hat ja gar nichts zu melden. Ja, ich esse uns euer Gesicht. Yeah. So gut wie gar nichts. Nice. Ich will doch nur meine... Meine schönen Schwerter aufrüsten. Mehr will ich doch gar nicht. Jetzt bin ich hier schon wieder. Sonst, warte mal. Kann ich nicht... Kann ich nicht... Kann ich nicht... Kann ich nicht... Kann ich nicht verscheuern? Kann ich. Wobei, ich hatte doch... Ich trottel. Ich hatte doch genug. Ich hab doch da gerade eben genug bekommen. Tiger Zero. Tiger Zero. Tiger Zero. Wolke Zero? Das... Moment. Ich kann's in zwei Variationen? Okay, das ist cool. Riesiger Kristall. Alter. Super Diamant-Stahl. Ja, da kann ich mir sowieso nicht... Aber... Oh, ne? Das ist schon cool. That's a blade. So, wie gesagt... Eigentlich viel kann an der Story nicht mehr kommen. Es sei denn, man dichtet sich jetzt am Ende noch was dazu. Aber das bezweifle ich mal. Ich mein, was kommt jetzt hier noch? Eigentlich... Ne? Sie hier? Schweih. Schweih. Vor allem die Frau, die im Spiel wirklich zwei Minuten Screentime gekriegt hat. Die Frau ist natürlich nicht die Frau, den esén zu stellen. Star-Scheitungs- Pfund percebe. ажи Sie sich auch zerstören. Sir, wenn zähne ich mir Ja, du siehst richtig verletzt aus. Mit deinen emotionslosen Augen. Ja, aber wenn du so ein Jahrzehnt hast, wieso wirst du nicht tun? Ich glaube, ich kann es nicht glauben. Ich glaube, es ist sicher etwas zu verletzen. Oder hier ist dein Gesicht! Oh, das ist gut. Ich werde das nicht mehr hören. Ich werde dich noch einmal mitzudenken. Der巨蛋! Armin... Ich brauch dich zu schießen. Ich hab dich zu schießen. Aber ich hab dich zu schießen. Ich brauch dich zu schießen. Oh Scheiße, jemand hat schon wieder das Höllentor geöffnet. Ruf, dummgeil. Schon wieder auf die Beine. Wow. Alter, die Kamera ist gerade überall. Wann wurde ich getroffen? Wann ist mir golden steckern, hat es doch gehärtet. Okay. Alter, die hängt ja immer mehr aus. Ich wollte das scheiß Gas nachladen. Wann hält das scheiß Bein immer mehr aus? Ich lebe hier aber auch gerade riskant, also... Das war ein Bein. Oh, come on. Wo bin ich? Fuck. Es gibt kaum... Es gibt keine anderen Titanen gerade, also... Es gibt nur die Rolle. Vor allem, die gesamte Stadt ist leer. No one... Niemand ist hier. Ah, okay. Oh fuck. Oh fuck. Ja, ich kann nichts sehen. Ich sehe jetzt auch erst, dass ich ein zweites Objektiv habe, also ein zweites Ding. Oh mein Gott, ich habe kein Gas mehr und ich bin super langsam, weil er sich irgendwie immer nur an den Seiten langziehen will. Kanonenfutter. Alter, ich bin schneller, wenn ich zu Fuß gehe. Oh, da ist die durchgekneitert. Okay. Ah, hier. Oh yeah. Oh, du kriegst... Oh, the business. Ich kann mein Business nicht betreten. Fuck my life. So, wo bleibt die Olle denn jetzt? Ah, hier bist du. Jetzt kann ich die Kanone benutzen. Oh. Oh fuck. Du Cunt. Ja, geil. Schramm am Kopf vorbei, why don't you? Oh fuck, wo ist sie? Da. Ja, das war mein Lieblingskanonenturm. Vielen Dank dafür. Lohle, Nussu. Lohle, Nussu. Ah, guck mal. Tatsächlich Verstärkung. Aua. 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 Blöde, das durchgeknallte Etwas Soundbang Scheiße Oh, schnell Okay Fuck Gag, gag, gag Alter, manchmal, ne Oh, warte, es gibt noch andere Orte, wo ich stehen könnte Na, wenn das so ist Auf einmal ist die gesamte Stadt Voll gemint mit Zeugs She doesn't care Fallen Uninteressant Oh, aber ich krieg jedes Mal Dings dazu, wenn hier Der ist noch punkter reichen Massive damage Massive damage Das hätte in die Hose gehen können Ist ja auch ein Kanonturm Ja, ist hier Fuck, falsche Richtung Da ist die Nuss Bleib doch mal Bleib doch mal Du blöde Kuh Sag mal Hä 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 What Oh, cool Du bist irgendwie die ganze Zeit über mir So geglitscht Gefühlt Okay Ich werde dich mit einer Kanonenkugel treffen Auch wenn es das letzte ist, was ich tue Alter Ich treffe die Alte mit einer Kanonenkugel Das ist das letzte ist, was ich tue So Hier sind wir mal ein Kanonenturm, oder? Shit Doch hier ist ein Kanonenturm Soll ein Kanonenturm sein Sie brauchen nur ab nochmal lange, bis sie mal hier ist Wo ist hier der Kanonenturm? Kanonenturm Die kriegt eine ab Das sei euch Die kriegt mit Da Kopf Fuck Du gehst mir echt auf den Sack, Frau Was? Was? Nicht den Ah Lacken Oh fuck! Nein! Wee! Come here! Stop resisting! Oh fuck you. Did nothing. Weil sie in der Luft war. Okay, komm. Eine Haltestelle haben wir noch. Hat er mir jetzt gerade einfach, weil ich hier gepostet habe, einfach Zeug gegeben? Would you? Ah cool, it's retarded. Okay. Ach so, und dann, ne, dann sind wir auf einmal wieder nicht mehr glitscht. Ja wunderbar, du bist mir ja eine ganz tolle. Nur glitscht sein, wenn uns danach ist, das sind mir die Liebsten. Wo ist der Kanonenturm? Ich mach dich damit fertig und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Oh, warte, warte. Und dann ist das ein bisschen. Oh. 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 Oh yeah. Der Multi-Slasher. Yes! That's what you get. Ich scheiß nochmal, das ist die letzte Mission. Das ist der Kampf gegen Anna, also von daher. Das ist der Kampf gegen Anna, also von daher. Lag er nicht ursprünglich irgendwo in Trümmern? War er nicht ursprünglich in Trümmern gefangen? You know, Trümmer. Okay. Fine by me. Solange ich als Titan jetzt wieder weiter prügeln darf, ist mir das egal. Oh, ja. Das will Papa sehen. Oh, das wird echt Spaß. Oh, yes! I am Champion Christmas! Gonna die, bitch! Boom! Fuck off, kid. Get on my level. Fuck, fuck, fuck. It's like fucking Godzilla, but awesome. That's what you get! Gotcha! Oh, is he? Okay. Get over here! Shit. Oh, trotzdem getroffen. Die Stadt ist zwar in Trümmern. Get over here, bitch! 8000 Damage! Oh, come and grab! Putz! Vollständige Zerlegung. Alter, wo kamen gerade diese 8000 Damage her? Ich meine, sie sind fucking Titan oder so. Snap! Oh, snap! Scheiße, die brauche ich doch noch. Ja, eben, diesen Rage Mode, ne? Na gut, so. Ja, ich bin mal nicht... Ich will mal nicht zu nitpicky sein. Ich weiss dir Kopf ab! Tja, so kann sich auch ein Ende herauskristallisieren. Man, end me. Mann. End me. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich kann das, was ich schützt. Ich bin mal nicht zu, wenn ich das in der Karte. Ich bin mal nicht zu, wenn ich das in der Karte. Ja, Mensch. Kurzer Spaß, aber schöner Spaß an sich. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es schön, dass das Ganze lieber so, ich nenne es jetzt mal so kurz wie möglich gehalten wird, aber dafür auf Filler verzichtet wird. Ja, das frage ich mich auch immer, wer die Knochen weg macht. Aber, ähm, an sich, Attack on Titan, Wings of Freedom, fucking awesome. Na, Nugat McQ, du darfst nicht vergessen, die erste Staffel des Animes endet genauso. Und dann ging halt der Manga nur weiter erstmal. Von daher, es ist schon legit, dass es hier so endet, wie es jetzt endet. Also, da sei ja auch nichts gegen. Weil das Spiel hält sich verdammt gut an, äh, an die Anime-Story. Was den Manga angeht, kann ich nicht sagen, den habe ich nämlich nicht gelesen. Aber, man könnte echt sagen, es ist der Anime in Spielbar. Und ich finde das persönlich, finde ich verdammt geil. Mal davon abgesehen, die In-Game-Cutscenes sehen super aus, der Soundtrack ist Hammer. Gameplay ist zu allem, ist ein bisschen fummelig, aber, wenn man es erstmal raus hat, fühlt man sich wie so ein richtig cooler Titan-Slayer. Mal davon abgesehen, das Gefühl, so durch die Luft zu fetzen, ist unglaublich cool. Deswegen ist, oh, mal davon abgesehen, sie haben es tatsächlich gemacht. Du darfst tatsächlich den Titan spielen. Und, ohne Scheiß, das hätte jetzt hier mega Punktabzug gegeben, hätte das nicht gewesen. Oh. Aber ja, es ist ein geiles Spiel. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vor allem vom Grafik-Stil her, ich finde den Stil verdammt geil. Es ist der Anime in 3D und spielbar. Mit noch mehr Zeug. Klar, Minuspunkte sind jetzt halt Spiellänge, weil wir haben jetzt vielleicht sieben oder acht Stunden Kampagne. Sag ich mal so ganz grob. Klar, der Completionist unter uns, der macht natürlich mehr. Aber da sagen wir jetzt auch ganz ehrlich, nö, brauche ich, das brauche ich jetzt nicht in meinem Leben. Ich meine, ich habe jetzt beim normalen Durchlauf, wie sehe ich gerade hier in meinem Steam, habe ich 20 von 43 Achievements. Und die Credits sind, by the way, fucking laut. Und natürlich, Multiplayer müsste ich ausprobieren und all sowas. Aber an sich, das Spiel ist echt gut. Ich kann die, oh, ja, bitte, ich hasse Credits. Oh, finale Mission. Ach cool, es hat auch ein, oh, was? Ermöglicht Titan, oh, bitte? Oh, bitte? Brandbombe? Spezialmission? Spezialmission, wenn du in der Schlacht bestimmter Voraussetzung willst, wenn du in der Spezialmission aktivierst, zähle totalen Unterwerfung bezwingen kannst, zähle Sammlerei, Abba, bessere Belohnungen mit Rearien. Ah, es gibt also tatsächlich noch Zeug, wo du jetzt im Nachhinein machen kannst, wenn du so ein kompletter Obersuchti bist. Werd ich jetzt wahrscheinlich nicht. Ich kriege drei Achievements fürs Ending, what the fuck. Ja, ich sehe schon hier, offenbar so hier und da so ein paar Events noch. Warte mal, warte mal, warte mal, wieso ist das, rot? Why are you red? Irgendwie total scheinbar ausgezahlt, leider müssen wir weiterhin auch noch gut sein. Farbe, dann kommen wir mir unter dir. Aha, Sondermission? DL, hidden DLC? Wenn ich diese anderen Missionen mache, hey? Irgendwann? Nö, wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Ich meine, klar, du könntest ja echt noch, was das, ich habe ja noch nicht mal angekratzt, was man hier machen kann. Von daher, äh, was? Ja, die neue, kann ich irgendwie umschalten, wen ich kontrollieren möchte? meine, das sieht schon mal cool aus. Ich weiß, ich weiß, das ist nicht für ihn halt. Ja, gut. Meine Güte, solche langweiligen Outfits, sorry, dass ich das mal sagen muss, aber, mein klar, es ist schön, dass die, das aus der Trainingseinheit, wo er nix an hat, Aufklärungstrupp und mit dem Oma, aber, bin ich da ganz ehrlich, der Einzige, der sich sagt, Gott, wie wäre es, wenn wir noch so ein paar Fun-Zeug einbauen? Okay, einfach mit, warte, was ist das denn da? Was ist das denn hier? Ey, willst du ein Titan-Modell mit solchen Sachen? Was? Speziell-Modelle, möge ich denn, ein Titan, ein Titan zu bauen? Äh, ich kann mir meinen eigenen Titan bauen. Ach, dafür sind diese Stücke. Komm, wir bauen jetzt einfach mal den hier. Wirklich? Wirklich jetzt? Echt jetzt? Geil. Oh, nein! Oh, mach es weg! Ich will das nicht sehen. Oh Gott! Oh, warum? Ist das ein Feature? Äh, warte mal. Gab es nicht am Ende Cliffhanger von Staffel 2? Ach, wahrscheinlich ist es das. Extras noch eine Nebenmissionen machst, wenn er entweder Multiplayer halt oder Singleplayer kann. Ja, Mensch. Ja, wie das nächste Spiel? Ich habe die Serie so weit noch gar nicht verfolgt. Aber jetzt zu dem hier kann ich sagen, ist awesome. Also, der Teil hier macht definitiv Spaß. Und ich meine, wir haben immer noch. Wir könnten jetzt entweder die, äh, alles hier normal machen und dann auf S ranken halt. Es gibt aber keine Mission mit vollen Sternen. Das wundert mich so ein bisschen. Das hätte ich ja... Vor allem das ist nur Region 1. Und das sind noch einige Missionen, die ich machen muss. Klar, die kann ich ziemlich schnell wegrasieren, aber... Ay caramba, gibt es hier noch eine Menge zu tun. Und was... Wieso hast du ein Ausrufezeichen? Ah, was ist... Ah, Unterstützung. Lange bleiben wir sind, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir feiern, nein, bis... Ah, es ist... Teil von Erwin. Die 10 Medaillen der Offizie unter... Ah! Machen wir mal. Nur mal zu gucken, wie das jetzt ist. Versprechen Charakterlager, Anfragen zu akzeptieren. Ganz anfangen, Erwin... Okay. Aha, kann ich so viele, kann ich so viele wie möglich annehmen auf einmal? Äh... Drei Neben... Okay. Jetzt gibt es auf einmal so Nebenquests noch? Ich meine, sie haben versucht, noch ein bisschen Postgame zu machen. Bezwinge 5 Titanen? Ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das hier jetzt der absolute Oberburner ist, diese Anfragen. Aber... It is something. Ich meine, es ist immerhin... Sie haben versucht, ein Postgame zu machen. Kann man den nicht nach... äh... nachsagen. What? 5 Stunden? Das kann nicht stimmen. Ich bin ja allein heute schon... Ich bin ja jetzt schon 4,5 Stunden. Äh... der kann nicht ganz stimmen. 7% Galerie. Äh, man kann schon 100% spielen. Also, das ist eine Menge, aber dann... Aber ja. Äh... Ich muss mal gucken. Ich werde mir mal... Ich kann ja mal kurz gucken. Warte. Ich gehe mal auf Steam. Äh... Das mache ich jetzt mal so nebenbei. Das seht ihr gar nicht. Äh... Ja, Skyrim VR. Ich schiebe es dir sonst wo hin. Attack on Titan... Kann man es schon vorbestellen? Also, Attack on Titan 2. Es gibt für Attack on Titan fucking Costume Set. Ach, da haben sie das hingepackt. Die Kostüme. Die Kostüme, die tatsächlich witzig und interessant aussehen, die sind fucking DLC. Ein einziges Outfit für Mikasa in so einem Sommeroutfit kostet einfach mal fucking 1 Euro. Dafür, dass es dann nichts bringt. Fucking... Alter. Ja, Armin als fucking Schneemann. Ich meine, die sehen... Ja, cool aus, aber fucking... Kostümsets für 12 Euro? Alter! What a waste of money. Nee, aber... Kann man Attack on Titan 2 nicht vorbestellen? Gibt's das... Gibt's da gar nichts? Ich meine, da muss es doch irgendwie... Attack on Titan Episode 3. Episode 2. DLC. Was ist das denn dann? Was ist denn jetzt... Episode 1 und Episode... All Episodes? What? Was ist denn jetzt All Episodes? Neun Episoden... Erkundungsmissionen... Ach so! Kam das Spiel damals nur in Episoden raus? Wow, offenbar kam das Spiel damals nur in Episoden raus und man musste mal auf die nächste Episode warten oder wie sehe ich das jetzt gerade? Reine Episoden werden ein Erkundungsmissionen... Beinhalten... brillanter Plan Kampf ums Überleben... Ne, das ist die Mission, die ich gerade gemacht habe. Also kann man Attack on Titan 2 noch gar nicht vorbestellen, ei? Also wenigstens nicht nur Schmuck, sagen wir auch Stats. Ah, na gut, immerhin etwas. Das darf man ja wohl glaube ich auch verlangen bei dem Preis. Episode 3? Ne, also ich finde jetzt hier auf Steam nichts, wo ich vorbestellen kann. Und es soll doch jetzt irgendwie jetzt im Laufe dieser oder nächster Woche rauskommen oder habe ich das falsch verstanden? Da hat mir doch heute jemand sogar was auf Twitter geschrieben. Ich mach das Spiel jetzt erstmal aus, weil wir sind ja durch damit und ich mach auch hier live Feierabend davon mal abgesehen. Fakt ist, Spiel is awesome. Kann ich auch von hier? Warte mal. Das interessiert mich jetzt gerade mal. Oh, hier kann ich mir sogar aussuchen mit wem. Ich kann natürlich auch mit euch Bilbos. Okay, mit Sascha würde ich sogar gerne, ne? Okay, das muss ich sagen, ist ja nicht schlecht, mal mit denen zu spielen, die du in der Story nicht spielen darfst. Zumal die anderen auch hochleveln. Den durchgeknallten hier, Jotaro. Und Galerie ist wahrscheinlich nicht nur ja, hab mir schon gedacht. Das ist ja das ist something. Äh.